So, ich glaube, ich müsste live sein. Nach zwei Wochen kann der Ducky LP mit seinem fehlenden Gehirn das auch schon mal vergessen, Leute. Hab Erbarmen mit mir und hab bitte auch Erbarmen, dass der langsame Modus 40 Sekunden geht, aber es sind anscheinend sehr, sehr viele Leute hier am Start und ja, genau, deswegen musste ich das ein bisschen langsamer machen, als es ohnehin schon ist. Aber hey, ich freue mich, dass ihr alle am Start seid und erstmal herzlich willkommen nach dieser, ja, kleineren Pause. Gut, zwei Wochen sind im Vergleich zu sonstigen Pausen schon relativ viel, aber, ja, ich denke, ähm, oder beziehungsweise ich freue mich, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich muss nur mal kurz gucken, dass ich hier nichts ergesse, ähm, dass ich alles richtig eingestellt habe, weil bei meinem Grips könnte es eventuell sein, dass ich irgendwas ergesse, aber, ja, drücken wir einfach mal gemeinsam die Daumen. Ihr drückt auch die Daumen, oder, Leute? Drückt ihr die Daumen? Jetzt drückt doch mal die Daumen, Leute. Dankeschön, Dankeschön, das ist echt lieb von euch, falls ihr die Daumen drückt, sonst erprügel ich euch auf dem Elbenwald-Festival. So, wo sind wir denn hier? Also, äh, ja, äh, hört ihr mich überhaupt? Äh, hören dich? Hören dich? Dagi, habt dich vermisst? Oh, Lenni, Potter, das ist voll süß von dir. Dankeschön. Ich hab dich auch vermisst. Also, jetzt euch halt. Ich hab euch vermisst, Leute. Das, das trifft's, äh, eher, genau. Also, klar, ich hab, also, ihr wisst, wie ich das mach... Oh Gott, ja, Leute, es geht schon wieder direkt los. Falsche Hals, Ahoi. Aber ich fang erst mal an, euch mit meiner Hackfresse zu nerven. Und zwar in 3, 2, 1 und... Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem LBH-Live-Stream am Dienstag. Ja, Leute, es ist Dienstag. Euer Zeitrhythmus wird jetzt mal wieder in Gang gebracht. Und, äh, ich hab mich heute passenderweise angezogen. Und zwar in schwarz und in gelb. Hufflepuff-Style natürlich. Und, äh, ja, Leute, ich bin am überlegen, ob ich den Pulli direkt wieder ausziehe, weil ich, Schlaumeier, hab vor dem Stream die Heizung hochgestellt, weil es hier drin kalt war. Und jetzt ist es hier drin heiß. Und ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so geil mit einem Pulli. Aber ich werd mich vielleicht noch im Laufe des Streams, äh, umentscheiden. Entscheiden ist ja auch egal, Leute. Ich bin heute mal wieder absolut los dabei. Aber das seid ihr ja eh gewohnt. Und von daher würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein Spiel hinein. So. Hallöchen! Äh, ich meine, Hallöchen! Leute, na? Oh, was hab ich jetzt gedrückt? Oh, warte, 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 warte. Ich hab's... Oh, ja, sag... Was hab ich denn jetzt? Ach, okay, alles klar, Leute. Es läuft auf jeden Fall. Muss nur mal gerade ganz kurz gucken. Mein Bildschirm ist etwas weit vorne. Muss ich mal ein bisschen nach hinten schieben. Äh, weil sonst seh ich eure Namen im Chat nicht. So, so ist besser. Genau, so, noch ein bisschen gerade. Ja, okay, ist jetzt nicht ganz gerade, Leute. Aber ich hoffe, dass sie noch... Warte, ich... Die Fernbedienung auf der Webcam, die leg ich jetzt noch mal so. Warte, wir haben's gleich. Warte, wir haben's... Leute, es ist der erste Stream nach zwei Wochen. Der könnte doch nicht erwarten, dass alles direkt funktioniert. So, ist das gerade? Ne, jetzt ist es gerade. Jetzt ist es gerade. Ist es gerade, Leute? Guck mal, da oben, diese Holzleiste da oben. Die ist so... Das ist gerade, ne? Ist es gerade, Leute. Kommt, ist es gerade. Oh. Die ist nicht nano. Ihr habt ja alles vergessen in den zwei Wochen. Hab dich lieb, kleiner als drei. Soll ich euch verprügeln? Also dich jetzt speziell. Wer war denn das gerade? Sina, soll ich dich verprügeln? Das ist keine Nanospende. Zwei Wochen haben gereicht, um dir das... Moment mal, hast du das jemals gelernt? Dass es keine kleinen Spenden sind oder Nanospenden, weil sie vom Herzen kommen? Wir lernen das noch, Sina. Und wenn du es doch mal gewusst hast, dann schande über dein Haupt, dass du es nach zwei Wochen vergessen hast. Aber wir kriegen das wieder hin, Sina. Wir kriegen das wieder hin. Und ich kriege wieder hin, sinnvoll zu streamen und alles richtig einzustellen. Genau. Vielleicht nächste Woche. Mal gucken. Sind wir einfach mal optimistisch. So. Ich gehe ins Spiel hinein. Jetzt funktioniert alles. Oh, Leute. Ja, überfordert trifft es mit. Endlich mal ins BT zu kommen, da. Ich noch nie war. Gab es heute Bi-Manta-Platte? Viel Glück an Yim-BT. Er sitzt neben mir. Raute die größt. Espen die der Welt. Äh, lieber Baloo, ich muss sagen, ich hätte dich ins Bautil dazu geholt, aber du warst nicht auf der Hogwarts-Map. Äh, also vielleicht bist du es jetzt. Ich kann ja mal gerade kurz gucken. Wenn du jetzt drauf wärst, würde ich dich noch reinholen. Aber du bist leider nicht drauf. Du bist entweder im DA-Dorf, DA-Dorf, DA-Dorf. Oder du bist irgendwo, also du bist auf jeden Fall nicht auf Hogwarts-Wart. Wir können ja nochmal gerade kurz gucken. Ich wollte dich wirklich dazu holen, aber du bist hier, siehst du, nicht in der Auswahl. Ne, bist du leider nicht dabei. Deswegen konnte ich dich nicht dazu holen. Ich wollte dich dazu holen, aber es ging leider nicht. Ähm, weil der Server hier halt komplett randvoll ist. Aber beim nächsten Mal, ich werde mir das auf jeden Fall vormerken. Normalerweise haben Personen, die zum ersten Mal dabei wären, ähm, ein Vorrangs-Vorrangsrecht? Vorrang? Ja, trifft's ganz genau, glaub ich. Äh, und ja, das ging heute leider nicht, aber beim nächsten Mal krieg ich das bestimmt wieder hin. Ich bin da relativ optimistisch. So, jetzt mal wieder die absolut, ähm, schwere Frage, mit welcher Seite ich anfange. Ich glaube, wir machen's mal anders. Will ich ihn um... Nein, umbringen ist böse, ne? Aber ich verprügel ihn, Leute. Ey, Revunat, zieh deinen Skin aus. Der ist ziemlich hässlich. Eklig, 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 eklig. Was hast du da für einen komischen, orange-schabenden Kopf auf deinem Rücken? Ich war eben auf der Hogwarts-Map, als du gefragt hast. Bin vor der Spende in die FB. Äh... Nein, du warst auch eben nicht auf der Hogwarts-Map, als ich eben gefragt habe. Ich hab wirklich versucht, dich reinzuholen. Da warst du... Also, zumindest hat's nicht funktioniert. Ich hab's wirklich ausprobiert. Nachdem ich Action-Andi dazu geholt hab, hab ich gesehen, dass du das auch geschrieben hast. Und dann hab ich versucht, dich reinzuholen. Aber es hat nicht geklappt. Tut mir leid, wirklich nicht. Ich würd nicht lügen. Also, was hätt ich davon? So, Leute. Bevor die hier wieder mit den Spenden eskalieren. Leute, jetzt... Sagt mal, was ist denn wieder los mit euch? Da ist man mal zwei Wochen weg und ihr habt wieder zu viel Geld in eurem, äh... Barschwein oder was? Okay, wir fangen mal an. Hallo, Revunat! Dein Outfit ist ziemlich scheiße, aber ich mag dich. Du bist eine tolle Person, nur dein Outfit nicht. Aber da kannst du ja nichts für. Aber wobei... Moment mal. Kleider machen Leute... Nee, nicht in der DA, Leute. In der DA machen die... Macht die Seele, die Leute. Das ist kein deutscher Satz. Egal. Ich streichel dich, Revunat. So, nochmal kurz Zeit umkehre. Ahoi, weil es wird wieder dunkel und im Dunkeln hab ich Angst. So, perfekt. Und weiter geht's mit Brilli, YouTube... Also, JT, was nicht YouTube heißt, weil J und ich... Ja, hallo, Brilli. Schön, dass du dabei bist. Und schönes Lama auf deinem Oberteil. So, dann haben wir die Paula Lucia dabei. Hallo, Paula, die direkt heulen geht. Warum heult die denn direkt? Ich hab nicht mal geschlagen. Ich hab nur gest... Paula, jetzt stell dich mal nicht so an hier. Bist du etwa ein Waschlappen? Hm? Du bist bestimmt kein Waschlappen. Du bist bestimmt eine volltaffe... Eine volltaffe Dame bist du. Ne? Ja. Genau. Viel taffer als diese komischen Schafe im Hintergrund. Ich streichel dich, Lucia. Äh, Paula. Oder soll ich dich Lucia nennen? Schreib's mal in die Kommentare. Aber wehe, du schreibst das als Spende. Dann verprügel ich dich. Oh, jetzt hör auf zu weinen, ey. Guck mal, der ganze Fluss hier ist schon wegen deinen Tränen entstanden. Ja, alles nur wegen dir. Mhm. So, weiter geht's, Leute. Dabei ist auch noch die liebe Dodolinchen. Hallo, Dodo. Schön, dass du auch mit dabei bist. Und, oh, schönes Blümchen im Haar. Ich mag Blumen im Haar. Ich hab selber eins, aber ich kann's euch nicht... Warte mal, kann ich's euch zeigen? Mann, ich will euch mein Blümchen zeigen. Mann, kann mir nicht mal irgendjemanden skinpixeln, wo man es... Warte mal, ich muss meine Krone ausziehen. So, und dann seht ihr das da... Seht ihr das da an der Seite, Leute? Da an der Seite, wenn ich mich so, ne... Am Ohr, seht ihr, ne? Ne, voll süß. Ich find die schön. Wer die nicht schön findet, ist doof. So, weiter geht's. Äh, dann haben wir die Lily96 dabei. Hallo, Lily96. Schön, dass du auch mit von der Partie bist. Grüß dich, ich strechel dich. So, dann haben wir, wie gesagt, den Action-Andy95 dabei. Hallo, Action-Andy. Das nächste Mal ist der Balou auch dabei. Das kannst du dem gerne mal sagen, auch wenn du es wahrscheinlich selber gerade hört, weil er ja live dabei ist. Ja, SophiaDA ist auch dabei. Hallo, Sophia. Schön, dass du auch mit von der Partie bist. Und einen schönen Teddy hast du da in der Hand. Oh, der ist ja knuffig. Ja, schöner Teddy. So, dann haben wir mit der... Was geht da schon? Hallo, Leute. Zwei Wochen Pause und ihr wisst schon nicht mehr, dass man das erst nach 22 Uhr machen darf. Wir sind hier auf einem familienfreundlichen Server, auf einem familienfreundlichen Kanal eines Losten Koalaschädels. Ihr dürft nicht zusammen rummachen hier auf dem Server vor 22 Uhr. Kuschelkaninchen, was ist denn los mit dir? Aber ich begrüße dich. Hallo, Kuschelkaninchen. Schön, dass du auch mit dabei bist. Und du hast ja auch Blümchen im Haar. Die sind ja schön. Oh, guck mal, Leute. Voll viele Blumen hat sie im Haar. Und sie hat ein... Oh, ein Babyschweinchen. Schinken hat sie in der Hand. Oh, das ist ja niedlich. Okay, ich muss weitermachen, Kuschelkaninchen. Wir sehen uns später beim Schuft... Also, du schuftest. Ich guck dir dabei zu. So, dann haben wir Flock dabei. Der erst... Nein! Boah, ihr... Ich darf nie wieder eine Pause machen. Ihr lernt ja... Ihr verliert ja das ganze Wissen, was ich euch in den ganzen Jahren angeeignet habe. Innerhalb von zwei Wochen wieder. Flock, was ist denn mit dir los? Hör auf dich anzuzünden. Feuer ist heiß. Heiß! Ab ins Wasser mit dir, Freundchen. So, äh, oder Freundinnenchen. Weil sie ist weiblich. Das habe ich mir gemerkt, ja. Aber heißt es dann Freundinnenchen? Freundinnenchen? Sieht Talent, oja. Die Jan! Ich habe die Streams extrem vermisst. Sie kleiner als drei. Das Special war echt mega toll. Und ich Gratulation an GR. Erfindore, aber alle haben es toll gemacht. Drei bin stolz, dass ich dich dieses Mal nicht erinnern muss, den Pokal zu setzen, wie bei den zwei Specials zu 4XD. Jan, hast du gerade wieder 50 Euro gespendet? Jan, was ist los mit dir? Warum spendest du denn so viel Geld? Jan, du bist seltsam! Hör doch auf, so viel Geld zu spenden. Du bist ein irrer Typ, aber ich mag dich. Dankeschön. Äh, das ist super. Warte, was hast du mich gerade gelobt? Du hast mich irgendwo gelobt. Aber ich war mit, äh, böse gucken, äh, völlig überstrapaziert. Ich kann nicht zwei Dinge auf einmal. Warte, ich muss nochmal kurz lesen. Achso, ja, da bin ich auch ziemlich stolz drauf, dass ich das behalten habe. Äh, war das eigentlich meine Idee? Ich weiß es nicht. Aber freut mich, dass dir das Special gefallen hat. Leute, heute gibt es einiges dazu zu erzählen, weil, naja, das Special war halt zuletzt und deswegen die Pause. Und es gab natürlich einiges und, äh, also was passiert ist. Und einiges, was ich euch dazu erzählen kann. Fragen beantworten. Aber das machen wir erst, wenn ich die letzte Person begrüßt habe. Nämlich Ariana die Kalte. Hallo Ariana die Kalte. Schön, dass du zum ersten Mal dabei bist. Das ist heute ihre Schuftentjungferung, Leute. Ja, hallo, äh, Ariana. Ich hoffe, deine Eltern schauen gerade nicht zu. So, äh, haben wir das Server-Team? Was läuft denn hier schon? Ein Haufen voller verrückter Wesen. Warum sind die denn alle so seltsam? Okay, okay. Daniel, benimm dich. Hallo Micho. Schön, dass du auch mit dabei bist. Aber deine Mütze ist leider... Komm raus, Micho. Ehrlich. Warte, ich baue dir eine Treppe. Carmen, guck mal, die hat immer noch diese komische Mütze auf. Und sie hat immer noch nicht verstanden, dass sie... Ja, was denn? Ich kann doch nichts dafür. Guckt mal, Leute. Wie findet ihr die Mütze von Micho? Oh nein, jetzt ist sie traurig. Oh nein, Micho, ich mag deine Mütze. Also, so ein bisschen. Sie ist ein bisschen groß, weißt du? Und so ein bisschen unförmig. Sie ist eher so eine Schüssel auf deinem Kopf. Aber das ist nicht schlimm. Jeder hat mal eine Schüssel auf dem Kopf. Und das ist okay, glaube ich. Das sieht aus, als hättest du da oben deine Augen. Das sieht jetzt creepy aus. Und ich mag dich, Micho. Und ich mag auch, glaube ich, ein bisschen deine Mütze. Ja, genau, was Revo sagt. Schöner Hut, genau. Micho, jetzt komm, stell dich nicht so an. Komm, Micho, nicht weinen. Carmen, kannst du der sagen, dass ich ihre Mütze mag und dass sie aufhören soll zu heulen? Bitte. Dankeschön. Hallo, Carmen. Schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo, Carmen. Ja, was mache ich auch ohne dich hier? Ich meine, ich werde bestimmt heute noch die ein oder andere Frage stellen. Verzweifelt, wie immer. So, wo sind denn die anderen Ottos? Nevio, ich habe dich vorhin schon gesehen. Hallo, Nevio. Hallo. Schön, dass du auch mit dabei bist, Nevio. Äh, lol. Wie kann er denn in der Luft springen? Lol, Nevio, wie hast du das gemacht? Wie kann man denn in der Luft springen, Leute? Carmen, da sind wir schon, Leute. Carmen, wie kann man denn in der Luft springen? Ähm, so, haben wir noch jemanden vom Server-Team hier? Warte mal, ich habe vorhin Anni gesehen. Anni, hallo. Hey, ich habe gesagt, nicht rummachen hier vor 22 Uhr, Leute. Hallo, Anni. Schön, dass du auch mit dabei bist. Hallöchen. Ich streichel dich. So, äh, warte, wir gucken nochmal kurz auf die Liste. Also, warte mal. Nocti, Nocti, Nocti. Hallo, Nocti. Schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo, Nocti. So, jetzt haben wir sie alle, oder? 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 Warte. Tati? Tati, wo bist du? Tati, wo hast du dich schon wieder verdünnisiert? Tati? Tati? Ich glaube, sie ist irgendwo wieder versteckt. Ich weiß es nicht, Leute. Sie wird sich bestimmt gleich zeigen, oder? Tati, ich bin nicht schuld. Ich habe dich gesucht. Ja, alle können das bezeugen. Ich habe dich gesucht. Hier ist nirgendwo eine Tati. Na gut, dann gucken wir gleich, Leute. Aber die Anmoderation dauert schon wieder viel zu lange. Und deswegen würde ich sagen, erkläre ich mal gerade ganz kurz, was wir in der ersten Hälfte dieses Livestreams machen werden. Weil die Pokalverleihung findet in der zweiten Hälfte statt. Die erste Hälfte, da dachte ich mir, nutzen wir einfach mal die Gelegenheit und machen eine altbekannte Terraforming-Aufgabe. Mit dem Hintergrund, dass ich da nicht so viel nachdenken muss. Weil ihr wisst ja, Nachdenken und Ducky LP, das beißt sich so ein bisschen. Und wenn ich eine einfache Aufgabe übernehme, dann kann ich mich besser konzentrieren und mehr auf das eigentliche Thema, also das Special zu sprechen kommen. Oder was da noch so ansteht. Ich meine, nach zwei Wochen gibt es vielleicht mehr Redebedarf als sonst. Und ja, deswegen würde ich sagen, liebes Bauteam, ich hoffe, ihr seid so weit... Oh, Tati! Hallo, Tati! Wo warst du denn die ganze Zeit? Tati, ich hab dich gesucht. Wo warst du denn? Hallo, Tati, ich streichel dich. Hallöchen, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hab dich da gesucht. Ich hab dich da gesucht. Ich hab dich sogar da unten kurz gesucht. Und du warst nirgendwo. Du warst nirgendwo... Tati, ich kann doch nichts dafür. Ich hab dich gesucht. Daniel Gruppe? Oh, warte mal. Ich muss... Ach so, deswegen haut sie mich. Warte mal, ich guck in die Gruppe, ich guck in die Gruppe. Es werden heute fünf Leute eingeteilt. Und das werde ich jetzt auch am Anfang direkt machen. Aber erst mal ans Bauteam. Ausschwärmen gerne, schuften. Also der Bereich, der abgebaut werden sollte. Äh, Kyrivos... Es tut mir leid, Leute. Es hat sich nichts geändert. Kyrivos, bummes, ahoy. Der Bereich, den wir abbauen werden, ist der hier. Also der Steinbereich hier. Weil, naja, der ist halt noch sehr im Weg. Und wir wollen ja vielleicht in dieser Staffel mit dem schwarzen See und mit der unteren Kulisse anfangen. Vielleicht. Und, äh, um das hinzukriegen, muss dieser fette, hässliche Okko-Lüten, was auch immer, weg. Weil der halt im Weg steht. Genau. Das reicht an Erklärung, oder? Also Leute, viel Spaß dabei. Und ich mach jetzt erstmal gerade ganz kurz die Einteilung der fünf Leute. Weil sonst ergesse ich das wieder. Und gleich sind sie wieder offline. Und danach beteilige ich mich natürlich auch beim Schuften, Leute. Natürlich. Ich bin doch kein Sklaventreiber. Nee, natürlich nicht, Leute. Also, wen haben wir denn da? Die erste Person, die wir heute einteilen werden, ist der oder die liebe Laus Dendel 2. Welches Haus bist du? Lachender Smiley. Vielleicht kann ich doch Multitasking, Leute. Ich meine, ne? Irgendwann wird auch mal der Dagi-LP groß. Und vielleicht sogar mal schlau. Okay, bleiben wir bei groß. Äh, vielleicht krieg ich ja auch in Zukunft irgendwie Sinn, zwei Sachen auf einmal zu machen. Oh. Nein! Jetzt bin ich komplett überfordert. Tati schreibt komische Dinge in den Minecraft-Chat. Brummi lässt eine Spende da. Ich muss auf, äh, das einteilen achten und baue nebenbei ab. Das sind vier Sachen auf einmal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich machen wollte. Was? Ich streame gerade. Ja, das stimmt. Warte mal, Leute. Ich gucke als allererstes aus Haus. Warte, wo sind wir denn hier? Also. Wo habe ich denn überhaupt gefragt? Ach, da. Äh, Gryffindor. Okay. Manu at Laus Dendel. Bei uns geht gerade draußen die Welt unter, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ist. Aber bei uns war den ganzen Tag mega Sturm. Mega Unwetter. Und. Ja. Dementsprechend. Ist es gerade auch ziemlich wild draußen. Ich höre den Regen gegen die Fenster prasseln. Und es ist übertrieben windig. Ja. Äh. Ich hoffe, die Fenster halten dem Stand. Und ich hoffe, mein Internet hält dem Stand. Das, äh. Ist das Wichtigste. So. Zeitumkehrer nochmal eben. Ahoi. Wird schon wieder dunkel. So. Und dann kommen wir schnell zur zweiten Person. Und zwar. Dem oder der Lieben. Komm schon. Ja. Welches Haus bist du, Dobby? Äh. Depp. Genau. Welches Haus bist du? Fragezeichen. So. Multitasking funktioniert scheinbar doch nicht. Mann, Lilif. Ich hatte vorher zwei Sachen, die ich gleichzeitig machen musste. Und dann waren es auf einmal vier Sachen. Und wie wir alle wissen, ist vier mehr als zwei. Ganz genau. Und deswegen habe ich es nicht hinbekommen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich voll hinbekommen. Leute, ich hätte das bestimmt geschafft. Oder? Was mein... Oh, Hufflepuff. Wartet mal. Manuett. So. Ähm. Dobby Depp. Und Hufflepuff. So. Sehr schön. Dann kommen wir zur dritten Person. Und zwar. Der, dem... Oder der. Äh. M. Ist die Person noch online? Kommen schon bisher. Waren alle online? Nein. Okay. Die dritte Person ist leider nicht mehr online. Und zwar wäre das gewesen, der M7 Thunderbird... Ne. Thunder Beings wäre es gewesen. Okay. Also M7 Thunder Beings. Wenn du nochmal online kommst und ich dann noch am Stream sein sollte, dann, äh, genau. Sag gerne Bescheid. Dann wirst du noch eingeteilt. Weil ansonsten, sobald eben ein Admin dabei ist, auch offline, also muss nicht bei einem Livestream sein. Aber ich glaube, das wissen mittlerweile alle. So. Dann kommen wir mal zur dritten Person... Äh, zur vierten. Ja, zählen ist echt schwer, Leute. Ähm. Just a Log. Ist richtig, ne? Ja. Welches Haus bist du? Fragezeichen. Lachender Smiley. So, Leute. Noch zwei Personen, die ich einteilen muss. Und dann... Boah. Das ging jetzt aber schnell. Und dann geht's auch schon los mit dem eigentlichen Streaminhalt. Ähm. Just a Log. Und Ravenclaw. So, jetzt haben wir Gryffindor, Hufflepuff und Ravenclaw. Zählt noch ein Slytherin. Mal sehen, ob das erfüllt wird. Äh, wobei... Na... Ja, wobei könnte, könnte. Und zwar die Liebe... Moment. Ist sie noch online? Lilystar04. Da gehe ich halt von Lily Potter. Wobei, das ist ziemlich weit hergeholt. Vor allem wird Lily nur mit einem L geschrieben. Also, sie könnte Gryffindor sein. Aber ich denke, das ist nicht absehbar. Welches Haus bist du? Fragezeichen. Lachender Smiley. So. Die letzte Person. Dann haben wir alle eingeteilt. Und dann muss eigentlich nur noch der M7 online kommen. Genau. So. Und, 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 und. Slytherin. Ah. Ey. Lol, Leute. Jedes Haus einmal vertreten heute. Was ein Lack. So. Ähm. Lily. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Und Slytherin. So. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Und M7 dann? Okay. Ja, dann machen wir das auch noch eben. Dann haben wir wirklich alle. Welches Haus bist du? Fragezeichen. Ja, schreiben kann ich auch nicht mehr, Leute. So. Äh. Eine Freundin hat mich zugespampt, dass ich on soll. Oh nein, wie süß. Also vielen Dank an die Freundin von M7. Ich nenne ihn jetzt einfach mal M7. Das macht die Sache leichter, ja? Äh. Vielen Dank an die Freundin von M7. Also lieber M7, auf deine Freunde kannst du dich auf jeden Fall verlassen. Das ist ja schön. So, warte mal. Jetzt müssen wir trotzdem raushenden, in welchem Haus du bist. Ähm. Steht das schon da? Bin ich blind? Äh. Nö. Also ich sehe es zumindest noch nicht. Okay, dann warten wir nochmal gerade ganz kurz. Und ich, äh, probiere mich wieder am Multitasking sein, indem ich hier wieder Steine abbaue, Leute. Genau. Und gegebenenfalls noch etwas im Live-Chat, äh, rumlese. Äh. Das neue YouTube-Update ist voll blöd. Mr. Raven, von welchem YouTube-Update redest du denn bitte? Was hab ich denn nicht mitbekommen? Das ist mein Job, Leute. Wenn das einer wissen müsste, dann jawohl. Ich? Oder? Was denn für ein YouTube-Update? YouTube-Update? Mr. Raven, bitte klären Sie mich auf. Mr. Raven, bitte, bitte klären Sie Duggielp auf. Er weiß mal wieder nicht Bescheid. Ähm. So. Dum-dum-dum-dum-dum. Gucken wir nochmal gerade kurz drauf. Hat er es geschrieben? Hat er es geschrieben? Hat er es geschrieben? Sag mal. Bin ich blind? Ja, Micho. Äh. Lies die ganze Nachricht, die wir geschrieben haben. Ah, ah. Oh, oh, oh. Ja. Sorry. Ich hab sie nicht. Ja, ja. Ich hab jetzt... Jetzt hab ich sie ganz gelesen. Danke, Micho. Oh, oh, ups. Wisst ihr, da steht noch ein Satz drunter unter den Namen. Und genau den hab ich nicht gelesen, der aber super wichtig war. Ich bin schon sehr verstrahlt, Leute. Oh mein Gott. Okay. Wartet mal. Ach, da ist er doch. Gryffindor. Manuett, M7 und Gryffindor. Haben wir's? Haben wir's. Sehr schön, Leute. Und zwar, worauf mich Micho gerade noch hingewiesen hat, heute findet noch eine ganz, ganz, ganz besondere Einteilung statt. Nämlich eine Einteilung nicht in ein Hogwarts-Haus, weil die Person ist schon in einem Hogwarts-Haus auf dem LBH-Server. Sondern, ja, eine Person, die einen neuen Rang bekommt, der, ja, sehr selten vergeben wird, mit einem sehr großen Maß an Vertrauen verbunden ist. Und natürlich auch, ja, ähm, sehr viel damit zu tun hat, dass die Person sich in vielerlei Bereichen sehr doll bewiesen hat. Und, ja, was mein ich damit? Ich will nicht lange um den heißen Brei reden, aber ich finde diese, ähm, ja, das sollte man an einem anderen Ort machen, Leute. Moment. So, einmal Animagus, dann fliegen wir mal kurz in den Innenhof. So. Hui. Und dann holen wir uns mal eine ganz bestimmte Person hier zu, würde ich sagen, oder? Ja, ich hol sie mir mal dazu, Leute. Und zwar, die Liebe, Moment, wo ist sie, 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 wo ist sie? Ach, warte, sie wird anders, oh, Mann, oh, es tut mir leid. Ja, sie wird anders geschrieben, meine Güte, ey, ist das alles schwer hier. So. Anni, wo bist du? Anni? Anni. Ah, da ist sie ja. Hallo, Anni. Du wirst heute zum Auro eingeteilt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast dich bewiesen als, also, beziehungsweise hast du dich als, äh, Test-Auror bewiesen. Und wirst heute zum richtigen Auroren ernannt. Genau. Und wenn Todesser nach Hogwarts kommen oder Herpo wieder angreifen sollte, dann musst du das mit deinem Leben verteidigen. Ich hoffe, das geht, äh, ist okay, ja? Okay, alles klar. So, dann machen wir das doch einfach mal. Dann machen wir es doch einfach mal amtlich. Äh, Manu, Ed, Welch, Greeny und Aurore. Und damit ist die liebe Anni offiziell zum Aurorennern worden. Also, Leute, seid nett zu Anni, sonst erprügelt sie euch alle. Herzlichen Glückwunsch, Anni. Ich streichel dich. Du hast es dir absolut verdient. Und, ja, ich freue mich sehr für dich. Und ich hoffe, du freust dich. Und darf ich deine, äh, Position deuten, als, dass du überfordert bist oder gerade heulst? Oder heulst du aus guten Gründen oder aus schlechten Gründen? Ich mag Emotionen. Die sind so verwirrend. Hilfe, ich renne einfach ganz schnell weg und tue so, als wärst du glücklich, ja? Ist sie glücklich? Hat sie schon was geschrieben? Ist sie denn glücklich? Ich weiß es nicht. Warte, wir gucken einfach mal. Was steht denn hier alles so? Anni, du musst was schreiben. Hm, Anni, du siehst, ich streichel sie einfach so lange, bis sie was Nettes schreibt. So. Anni heult gerade. Oh, nein. Also, ja, ist das gut, oder? Ist das gut? Ist gut, oder? Ist gut, ist gut. Ist bestimmt gut, Leute. Ich streichel dich, Anni. Du hast es dir verdient. Du bist eine tolle Test-Aurorin gewesen. Und du hast es dir absolut verdient, jetzt als richtiger Auro in der 15. Staffel dabei zu sein. Also, natürlich in jeder weiteren auch. Aber ab der 15. Staffel jetzt. Und, ja, guck mal, die Leute freuen sich auch. Die freuen sich für dich, Anni. Hör auf zu heulen. Wobei, ist ja eigentlich gut, ne? Ah, Leute, ich muss ganz schnell weg. Emotionen sind nicht so mein Ding. La, 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 la. Ich fliege weiter und schufte mir den AR... ab. La, 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 la. Jetzt kannst du Daniel schlagen. Nein! Schnell wieder wegnehmen den... Wie nimmt man den Rang wieder weg? Ich weiß das gar nicht. Carmen, wie nimmt man Leuten wieder den Rang weg? Carmen, ich will nicht, dass Anni mich schlagen kann. Das war bisher eigentlich immer so ein Safe Space von mir, dass ich Anni beleidigen konnte, ohne dass sie mir in die Fresse hauen konnte. Das habe ich immer sehr, sehr, sehr appreciated. Und irgendwie mag ich dieses Wort, Leute. Es klingt so unglaublich italienisch. Und ich mag es einfach, ja? Lasst mich. Mit Alt-F4? Das probiere ich doch... Ne, Moment mal, Carmen. So blöd bin ich jetzt auch nicht. So blöd... Nein! Alt-F4. Der wird so älter als... als ich. Und ich bin schon sehr, sehr alt, Leute. Ich bin 25 Jahre alt. Ich gehe bald in Rente. Aber dann mache ich trotzdem YouTube-Videos, Leute. Kein Problem. Ähm, so. Aber jetzt geht's zum Eingemachten, Leute. Nämlich, äh, ja, ein bisschen Talken über das, was in den letzten Tagen passiert ist auf meinem Kanal. Oder beziehungsweise innerhalb der DA. Weil, naja, es war ein allgemeines DA-Ding. Die Staffel 15 von Let's Build Hogwarts hat angefangen. Es gibt ein neues Intro. Es gab einen neuen Trailer. Und ihr habt alle, denke ich, jetzt einfach mal... Ich gehe jetzt mal ganz dreist davon aus, dass jeder hier im Live-Chat LBH 1400 gesehen hat. Oder es noch sehen wird. Oder? Oder? Ihr habt doch bestimmt einen Daumen nach oben da... Nein, okay, nein, ich übertreibe es jetzt nicht. Aber, ja. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber nach dem Feedback zu schließen, hat es euch sehr gefallen. Das freut mich wiederum sehr. Es war eine unglaublich tolle Arbeit, was ich zusammen mit dem Server-Team so, ähm, organisiert hab. Beziehungsweise das Server-Team hat wirklich unglaublich gute Arbeit geleistet, was das Event anbelangt. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, diesen Samstag, wo wir den ganzen Tag das Event eben, ja, aufgenommen und fabriziert haben. Ähm, es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, das eben so zu erleben und selber dabei zu sein. Und auch, ja, die Teams dabei zu erleben, wie die mit dem Ganzen umgehen. Weil das finde ich jetzt immer eines der coolsten Aspekte, bei den Events zu sehen, wie die Teams damit umgehen. Also, ich war ja selber jetzt bei einem, ähm, Event selber mit dabei, als Teilnehmer. Und bei zweien als Moderator. Und ich muss sagen, egal, welche Rolle ich da übernommen habe, es war immer ein unglaubliches Erlebnis. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes sage, und bevor ich jetzt hier, keine Ahnung, wieder in Monologe abschweife, beziehungsweise will ich eigentlich mehr auf den Live-Chat heute eingehen, ich versuche das hinzubekommen. Aber bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, nochmal, Moment, Zeit umkehre Ahoy, das meine ich aber nicht. So, jetzt aber, das Tageslicht ist besser. Nochmal ein riesen, 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 riesengroßes Dankeschön an das Server-Team für das Aufbereiten und das Erstellen und Programmieren des Events LBH 1400. Also dieses ganze serverseitige Event hätte ohne das Server-Team nicht funktioniert, weil, naja, es wurde ein extra Plug-in dafür geschrieben, soweit ich weiß von Nevio und von Nocti. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Oder wenn da jemand ergänzt werden muss. Ähm, aber es ist eine unglaubliche Leistung gewesen. Ich meine, sich so lange da reinzuhängen, und das ist ja nicht das erste Mal. Sie haben ja jetzt schon in LBH 1300 und in LBH 1200 unglaublich viel Arbeit in das Ganze reingesteckt. Und ich muss sagen, es wertet LBH und insbesondere die Specials mega auf. Ich bin ein riesen, riesen, riesen Freund davon, weil, naja, es ist endlich die Möglichkeit, die Community mit dran teilhaben zu lassen. Damals war es immer so bei den LBH-Specials, klar, ich konnte immer so ein paar Sachen planen, so, ihr wisst ja, die 8 da waren, dann war einmal das Denktarium und verschiedenste andere Dinge. Das Problem ist nur an dieser ganzen Geschichte, dass ich nie den Aspekt der Community mit einbringen konnte, obwohl ich von Anfang an gesagt habe, dass LBH ein Community-Projekt ist. Und eben als solches wollte ich es eben auch zelebrieren und vor allem während des, äh, der Specials. Und das konnte ich halt damals nie, weil LBH erstens nicht auf einem Server war und zweitens, selbst wenn ich es hinbekommen hätte mit dem Server, was ich ja in der Vergangenheit vor dem Server-Team schon versucht habe, die Ergebnisse könnt ihr euch denken, selbst wenn ihr nicht dabei wart. Ähm, genau. Hätte ich das nicht mit den ganzen Plugins geschafft. Also, völlig egal, ob ich es mit dem Server geschafft hätte, die Plugins hätte ich nicht geschafft. Und, ähm, ja, deswegen, also die Möglichkeit alleine besteht nur durch die Arbeit des Server-Teams und deswegen ein riesengroßes Dankeschön. Haben sie von mir zwar schon ein paar Mal jetzt gehört, ich weiß nicht, vielleicht kommt es denen auch langsam aus den Ohren raus, aber ich finde, so etwas kann man nicht oft genug sagen, weil man darf nicht vergessen, sie machen das Ganze ehrenamtlich, weil sie Spaß dran haben und weil, ja, sie euch eben auch was zurückgeben möchten, beziehungsweise euch was geben möchten, euch, äh, ja, eben, ne, sie möchten eben auch, dass ihr happy mit dem Special seid und es ist ja nicht das Einzige. Und, ähm, ja, es ist einfach unglaublich schön. Und da könnte ich jetzt wieder ausschweifend sagen, ja, es ist generell schön, dass, ähm, so viele in der DA einfach zusammen irgendwas auf die Beine stellen, was anderen wiederum gefällt oder was für andere gedacht ist und das ist ein Musterbeispiel dafür und ich finde es einfach wundervoll. Deswegen einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön und ein fingergeformtes Herz an Server-Team. Und, ja, ich frag einfach mal, Leute. Es ist die erste Möglichkeit, dass ihr direkt Fragen stellen könnt zum Special. Und das Server-Team ist ja auch, ähm, zum größten Teil anwesend und ich bin anwesend, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Also fragt doch einfach mal, was ihr fragen möchtet, falls Fragen bestehen sollten zum Special. Falls irgendwelche Unklarheiten da gewesen sind, ich weiß es nicht. Wir konnten ja vorher nicht wirklich darüber reden, wegen Spoilerschutz und so. Jetzt wisst ihr, was Phase ist und jetzt kann ich auf alles eingehen, was da eventuell noch offen geblieben ist. Und, ja, wenn ihr da Fragen habt, schreibt sie einfach in den Live-Chat. Ich hab ihn neben mir offen und werd auf jeden Fall, äh, vier Augen drauf werfen, weil ich eine Brille trage, Leute. Ja, die ist special, weil ich hab vier Augen und manche von euch nur zwei. Ich bin besser als ihr. Okay. Aber, ey, ich kann meine Augen groß machen. Guck mal, könnt ihr das? Guck mal, meine Augen sind riesig. Ich hab riesengroße Glubschaugen. Und wenn ich schiele, dann sieht das noch viel seltsamer aus. Ja. Damals haben die Kinder immer drüber gelacht, wenn ich das in der Schule und so im Kindergarten gemacht habe. Ich war immer ein sehr krasser Witzbold. Ich war für fünf Minuten dann beliebt, weil die über diesen Joke alle gelacht haben. Lacht ihr auch darüber? Hey, es lacht noch niemand darüber. Ah, Luna hat gelacht. Okay, aber es läuft ja auch immer ein bisschen nach. Okay, alles klar. Ähm, ja, Leute, aber bezogen auf Fragen. Jetzt keine Lach-Emoji-Spam. Achso, apropos Spammen, nochmal eine ganz wichtige Sache, die ich kurz erwähnen möchte. Ähm, beim Special selber, aber bei LBH 1400 gab es kaum, ähm, Live-Chat-Regeln. Ich hab dem Mod-Team extra gesagt, dass so Sachen wie mehrfach Emoji-Schreiben und so nicht geahndet werden soll, weil, naja, ich persönlich finde das bei einem Special nicht so gut und auch nicht angebracht, ehrlich gesagt. Aber das war eine Ausnahme fürs LBH-Special, auch für jedes weitere Special auf meinem Kanal. Aber bei den Livestreams gelten die ganzen normalen, äh, Livestream-Regeln. Das heißt, kein Caps-Log, äh, nicht mehr als vier Emojis und, äh, nicht spammen, keine Beleidigung, kein Hate und, äh, halt die Regeln. Ihr könnt hier halt nachlesen. Ich denke mal, die Moderatoren werden die immer mal wieder regelmäßig in den Chat, äh, verlinken. Dann könnt ihr da draufklicken, könnt euch die Regeln nochmal durchlesen. Die sind nicht dafür da, um irgendjemanden hier vor die, äh, Füße zu pinkeln. Auch wenn das irgendwie voll der komische, nette Gedanke wäre. Aber, äh, es ist eher dafür da, dass ihr halt, oder dass wir halt untereinander besser miteinander kommunizieren können. Weil, wenn ihr alle schreiben könnt, was ihr wollt und dann ist vielleicht so der ein oder andere Witzbold dabei, der alles voller Emojis spammt, dann kriegt halt keiner mehr was mit und das ist halt auch nicht cool und deswegen ist das halt wichtig, Leute. Genau. Aber es ist nicht zum Ärgern der Leute gedacht. Ähm. Dum, 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 dum. Ich komme nicht auf den Server. Emily, der Server ist, wie du siehst, randvoll. Ich weiß nicht, was los ist, aber der Server, also, er wird immer beliebter. Es ist wirklich so eine, Linie, die da irgendwie nach oben geht und es ist ultra krass. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile, also bei besonderen Anlässen und so ist der Server ja eh immer voll, aber auch allgemein habe ich das Gefühl, dass der Server immer voller wird, aber das Server-Team hat mir das auch schon öfter mal bestätigt, dass wirklich schon sehr viele Leute auf dem Server gekommen sind. Ich glaube, der letzte Stand waren auf jeden Fall mehrere tausend, auf jeden Fall mehrere tausend. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, wird vielleicht gleich einer wieder in den Chat schreiben, aber es ist schon eine echt beeindruckende Zahl, durchaus. Habe soeben abonniert, für Linix, Ravenclaw, vielen, vielen Dank. Heißt, dass du bist neu dabei? Heißt, dass du hast noch nie ein Video von mir gesehen oder Livestream und du stirbst gerade nicht an einem Cringe-Anfall? Dann gehörst du hier auf jeden Fall hin. Hallo, freut mich, dass du dabei bist und falls du nicht neu bist, dann freue ich mich auf jeden Fall über dein Abo das anscheinend sehr weise vergeben wurde, wenn du es nicht sofort gemacht hast. Ja, ist auch gut, ist auch gut. Ich meine, hey, dann hast du lange drüber nachgedacht und umso stolzer bin ich natürlich darauf, dass ich das jetzt bekommen habe. Je nachdem, wie es jetzt war. Ich gucke mal, vielleicht lese ich ja gleich nochmal deine Antwort auf diese mir gestellte Frage. Hey, was genau spielst du? Das Spiel nennt sich Minecraft. Aber Theresa, das meinst du nicht ernst, oder? Du weißt schon, was ich spiele, oder? Also, Hust, was wurde da? Was? Nach dem Special kam auch wieder ein Riesenschwung, sind bald bei 4000... Ich habe mich verschluckt, Leute. Hab kein Corona, keine Angst, Leute. Nein, erst mal 5 Monate Stream-Pause und ein Spaß. Leute, macht euch nicht in die Hosen, und ich fand es so unglaublich süß, dass ihr alle so die Streams vermisst habt. Ich habe so oft in den Kommentaren, vor allem auf Twitter, auch auf Instagram zum Beispiel, oder auch als PN auf Insta, habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, dass sie die Livestreams vermissen und dass sie sich freuen, wenn die endlich wieder da sind. Einerseits, weil sie dann wieder wissen, welcher Wochentag ist und andererseits ist einfach, ja, weil sie... Hey, Dagi und Adminz gibt es die Möglichkeit, sich die gebauten Versionen von Spezial auf dem Server anzuschauen, wie das Labyrinth Hashtag kleine Nano spende kleiner als 3. Ähm... Ich glaube nicht, also ich weiß, dass das Event an sich auf einem Extra-Server war, aber ich glaube nicht, dass das hier möglich ist, weil ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was das für einen Mehrwert hätte. Das Labyrinth war ja cool, weil ihr da drin selber mitspielen konntet, ihr konntet das Labyrinth selber erkunden und durchlaufen, aber bei dem jetzigen Event, ja, ihr hättet halt die vier Versionen, also die vier Bauversionen da stehen und den Spawn, aber ich weiß nicht, ob das, ja, kam in Schreibgrad schon, nein, das ist leider ein anderer Server, ja, es macht auch, glaube ich, weniger Sinn, weil, wie gesagt, gibt es ja nicht wirklich viel zu erkunden und alles, was da so zu finden und zu sehen ist, habt ihr ja in LBH 1400 schon gesehen, ähm, genau. Vielen, vielen Dank, Bromi, nochmal für die Spende, das ist super lieb von dir, danke schön, danke schön. Ähm, Paula hatte vorhin auch nochmal 5 Euro gespendet, ich will mich gerne bedanken fürs Dabeisein, beim Special und den krass geilen Feedback beim Fanart mit dem ganzen Server-Team. Ich hatte bei beiden eine mega Gänsehaut, Hashtag Dank, äh, danke. Paula, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen, vielen, ach, du, warte mal, genau, du hast dieses Titelbild gemalt mit dem Server-Team drauf, ne? Ich fand das so mega geil, also da hast du echt einen rausgehauen, wirklich mega, mega schön und vielen Dank auch nochmal für die Spende und die lieben Worte und einfach mal ein großes Dankeschön auch dafür und, ja, freut mich sehr, dass du dich gefreut hast, danke dir. Was ich gerade noch sagen wollte, Leute, ich glaube, ich hab mich mal wieder selber unterbrochen, ich fand's ultra, ultra süß, eure ganzen Feedbacks zu lesen bezüglich der Livestreams und das war auch eine riesen Motivationsquelle dafür, jetzt wieder anzufangen, also ich hätte so oder so angefangen, das ist klar, aber, ja, wenn man so oft liest, ey Daniel, wann streamst du wieder, ey Daniel, ich vermiss deine Streams, ey Daniel, ich weiß nicht, welchen Tag wir haben, dann freut man sich natürlich ungemein, weil, ja, da bekommt man natürlich das Gefühl, dass man gerne geschaut wird, dass man irgendwie jemandem wichtig ist und, ja, irgendwo sollte mir das ja klar sein, weil sonst werden ja nicht alle hier, ne, logisch, aber das dann nochmal so auf diese Art und Weise gezeigt zu bekommen, war nochmal extra schön und einfach nochmal dafür ein Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen, auch nicht nur an die Personen, die es geschrieben haben, sondern auch an die Personen, die so gedacht haben, weil, ja, ich find's einfach knuffig, Dankeschön Leute, ähm, nein, Titanic Potter, ich ignoriere niemanden, ich ignoriere niemanden, wenn ich etwas nicht lese, dann liegt es daran, dass ich es nicht lese, genau, so logisch wie einfach, äh, Moment, Zeitumkehrer, ahoi, so, perfekt, äh, achso, ich bin noch nicht voll, ich dachte gerade schon, weil Tati meine Sachen eingesammelt hat, normalerweise verprügelt sie mich direkt, aber, offenbar, bin ich noch nicht voll, ja, ähm, wir haben Mittwoch, oder? Nein, Lilly, wir haben Dienstag, aber kein Problem, die Livestreams werden dir jetzt in Zukunft wieder dabei helfen, Livestreams gibt es immer dienstags, donnerstags und samstags, dienstags, donnerstags um 19 Uhr und samstags um 18 Uhr, und das bedeutet, wenn ich gerade streame, und ihr meine Hackfresse in eurem Bildschirm seht, dann muss auf jeden Fall einer dieser drei Tage sein, und wenn ihr meine Hackfresse nach 19.30 Uhr in eurem Bildschirm seht, oder auf eurem Bildschirm, dann ist ziemlich sicher Dienstag oder Donnerstag, genau, genau, Leute, ja, wir kriegen das hin, Leute, bald wissen wir wieder alle, welcher Tag es ist, ähm, aber ich liebe das, ihr seid, ihr seid so wundervoll lost, Leute, verliert das nie, es ist eine so schöne Charaktereigenschaft, dass hier alle so dazu stehen, beziehungsweise, dass ich es so auslehe, es ist wundervoll, ich weiß, ich sag das oft, aber nach der Pause schwelge ich gerade schon wieder sehr da drin, und es ist echt wunderwunderschön, Mann, das Baum, du bist, du bist selber ein Schock, ey, doofkopp, so Leute, wir müssen aber, ich guck immer mal wieder so ein bisschen auf die Uhr, weil natürlich heute ist das eigentliche Thema, der Sieg vom Haus Gryffindor, in LBH 1400, und ja, ähm, genau, da wird gerade schon gefragt, wann wird der Pokal verliehen, der Pokal wird, lol, der Pokal wird verliehen, so roundabout, gegen, Pi mal da um 8 Uhr ungefähr, also, so ungefähr, ich denke mal, wir werden eine halbe Stunde für die Pokalverleihung, äh, nehmen, und ja, wir müssen gleich sowieso nochmal gucken, dass wir zum gesamten Gryffindor-Team kommen, ähm, das sind ja 8 Leute, also 4 aus dem Bauteam, und 4 aus dem Bewertungsteam, und da müssen wir natürlich den Pokal ins Pokalzimmer setzen, es ist schon echt krass, also, ich hatte auch schon zum Server-Team gesagt, als wir das Event, äh, gemacht haben, dass ich es echt beeindruckend finde, dass Gryffindor schon wieder gewinnt, und irgendwie, auf dem LBH-Server, dieser, 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 ähm, Mainstream-Film, dieses Mainstream-Film-Klischee, von wegen Gryffindor-Slytherin, Gryffindor-Slytherin, echt so noch an der Tagesordnung ist, aber, ich bin mal gespannt, also, wie es in den kommenden Events aussieht, aber jetzt bei LBH 1500, erwartet euch ja mal wieder etwas anderes, was genau, verrate ich noch nicht, weil ich es weiß, ich weiß es auch noch nicht, aber ich werde es bald wissen, ich habe ja ein halbes Jahr Zeit, ähm, genau, und danach kommen aber wieder Events, also, ich würde es gerne so weiterführen, Leute, das heißt, immer zu jeder 500. Folge, wird es eine besondere, ähm, Retro-Special-Folge geben, damit auch die Leute auf die, auf ihre Kosten kommen, die sowas, äh, lieber mögen, und alle Folgen dazwischen würde ich, also, sofern, sofern das Server-Team natürlich Bock und Zeit dafür hat, das ist die wichtigste Sache, weil wenn die keinen Bock und keine Zeit haben, dann, muss ich natürlich umdisponieren, aber, wenn, sie Bock und Zeit haben, dann würde ich es gerne so machen, dass wir ab jetzt wirklich immer ein Event machen, außer bei den 500er und bei den vollen Tausender Folgen, genau, also, 1500 wird eine andere Special-Folge, 2000 wird eine andere Special-Folge, 2500, 3000, 3500, und, ja, Leute, auch die 27.500 wird eine andere Folge, genau, dass ihr schon mal Bescheid wisst, könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen, wenn ihr mögt, so, ähm, musst du für den Server zahlen? Ja, muss ich, natürlich, klar, also, ich kriege den leider nicht, gesponsert, äh, aber, ja, ähm, Cat Ranger, warte mal, wird das vorgelesen? Siri Stimme, liest du bitte die Nachricht von Cat Ranger vor? Hallo? Ah ja, da kommt sie, sehr schön, ich dachte schon, es wäre wieder Buggy. vielem Dank an's Server-Team für das Spezialisten und meintest beim Aufnehmen, dass du unser Sekten geh, Gebäude anschauen wolltest, liebe Grüße, Ron-Sekte, Hashtag klein, ihre Nährungsspende kleiner als drei. Stimmt, Cat Granger, du hast recht. Ja, das war das, was ihr heute auf Twitter meintet, oder? Oh, ich hatte denen das, ja, ich hatte denen das bei der Aufnahme versprochen, dass wir uns heute im Stream nochmal kurz ihr, äh, Ron-Sekte-Bauwerk angucken. Eigentlich habe ich gelogen bei der Aufnahme. Aber was soll ich denn jetzt machen, Leute? Ich bin ja der größte Arsch, wenn ich das jetzt nicht mache, oder? Oh, Ich will mir aber kein Gebäude von der Ron-Sekte angucken, ey, da kotze ich ja vor den Eingangsbereich. Okay, werden wir tun, aber wenn ich euch auf den Boden kotze, dann müsst ihr das wegwischen, ja? Also, nur, dass wir das schon mal klargestellt haben hier. Also, ja, also Leute, wir müssen uns gleich nochmal kurz so, äh, ja, Cat Granger, jetzt geht's so offline, ne? Jetzt geht's so offline. Ich kann halt nicht, ich kann euer Gebäude nicht besuchen, wenn ihr nicht on seid. Äh, aber, ähm, ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Oh man Leute, was hab ich mir da, ja, was hab ich mir da schon wieder angetan, ey? Ja, das Gryffindor-Team hat natürlich durch eine Sache besonders im Fokus, äh, warte, wie heißt der Satz? Ich weiß nicht, Leute, ich kann heute keine Sätze bilden. Äh, das Gryffindor-Team hat besonders, äh, ja, herausgestochen, durch ihre Kleidung. Ihr habt's gleich gesehen, sie haben sich während des Events zweimal, oder einmal oder zweimal umgezogen. Zuerst hatten sie ein Outfit an, also komplett rot, warte mal, wo ist der Rehwohner? Dann kann ich's euch mal kurz als Beispiel zeigen. Ähm, da ist er, wartet. So, und zwar hatten sie zuerst so ein Outfit an, also so komplett rot, allerdings war statt dem Ron-Kopf auf dem Rücken, eine Spitzhacke auf dem Rücken, am Anfang. So, ne? Alles schön und gut, ich und das Server-Team, wir haben das mega gelobt, wir fanden das richtig geil, dass sie sich dafür extra Skins gemacht haben für das Event, weil wir das ja nicht als Bedingungen vorausgesetzt haben. Das war eine eigene, freiwillige Entscheidung von denen. Und dann, irgendwann, loggen die sich um, kommen mit einem anderen Skin rein und dann mit dem Skin, den ihr da gerade gesehen habt, mit dieser komischen Hackfresse auf dem Rücken, also mit dieser ekligen, hässlichen, rotaarigen Hackfresse. Und, ja, ihr könnt euch meine Reaktion live vorstellen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich wurde einfach in den, ja, ich wurde einfach in den kalten Topf geworfen. Heißt das so? Ich muss mit Sprichwörtern wieder aufhören, Leute. Ich muss mir wieder merken, dass ich das nicht kann. Aber, ja, so war das. Und das war sehr, sehr hart. Und dann habe ich rausgefunden, dass sie da irgendwie eine Ron-Sekte haben. Und dann habt ihr ja gesehen, als ich dann dieses Interview mit denen geführt habe, dann war ja so ein Schild vor, deren Gebäude. Und draufsteht, Weasley ist unser King. Womit sie natürlich Fred und George meinen. Wen auch sonst. Ähm, ins kalte Wasser. Was habe ich denn gesagt, Leona? Was habe ich? In den kalten Eimer? Achso, oh nein. Hirnbitze. Du bist da. Ich weiß, dass du da bist. Ich habe manchmal Kopfschmerzen. Und ich glaube, man kann Kopfschmerzen nicht haben, wenn man kein Gehirn hat. Also, wenn du da bist, sag was. Oder mach dich wenigstens erkennbar. Also, mach Dinge, die Leute tun, die ein richtiges, gutes Hirn haben. Mann. Oder vielleicht soll ich einfach die Mütze ausziehen. Vielleicht, ich glaube, das ist irgendwie den Blutfluss. hast du schon herausgefunden, wer deine Mischkisten von LBH 1399 ordentlich wegsortiert. Ich glaube, irgendjemand hatte das in die Kommentare geschrieben, Brummi. Oder mir geschrieben generell. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, wer, also es muss ja jemand vom Serverteam gewesen sein, oder? Äh, Tati, du warst doch dabei. Weißt du, Tati? Tati? Achso, sie kann ja eh nicht sterben. Ähm, 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 wer, wer, wer hat die Kisten da umsortiert? Ihr wisst vielleicht, Leute, in der, war das, war das 1399? Auf jeden Fall war da eine Folge, wo ich gesehen habe, dass alle meine random einsortierten Kisten, äh, aufgeräumt wurden von irgendjemandem. Nicht von mir auf jeden Fall. Ich habe aber auch niemanden drum gebeten, muss ich dazu sagen. Als würde ich deinen Dreck wegräumen. Hab bei 1399 fast geweint. Boah, Micho. Aber ja, gut, das verstehe ich. Das war Flo. Er, warte, er hasst es, wenn überhaupt Koppel unordentlich ist. Boah, Flo. Ich vermisse Dagi, aber ich hatte einen sehr guten Ersatz, LG, an die Darmisterreich Menschen DM. Eine Woche, die nicht leicht war, viel leichter gemacht hat. Danke. Dankeschön, Barbara, für die Spende. Das ist super, super lieb von dir. Und, ähm, freut mich sehr, oder es ehrt mich sehr, dass du mich vermisst hast. Und vielen, vielen Dank auch für die Spende und die lieben Worte. Und, ähm, ähm, warte, ich muss mal kurz. Ja, und es ist sehr schön, dass die DDA, dass die DDA da ein Anker für dich sein konnte. Dankeschön, liebe Barbara. Dankeschön. Ja, und auch ein Dankeschön an Flo an dieser Stelle. Äh, Flo, falls du hier gerade zuschauen solltest, du bist ein Otto. Ich hatte voll die Schuldgefühle. Weißt du, ich hab die Kisten da so rein, ich, ich, ich hab die Kisten da so hingestellt und zugemüllt und dachte mir so, oh Gott, wenn das jemand vom Serverteam sieht, bin ich sowas von verdammt tot. Und deswegen hab ich mir eigentlich gesagt, werde ich am nächsten Tag einfach online gehen und alles wieder einräumen. Und ja, dann war ich da und plötzlich war alles weg und ich dachte mir, oh Scheiße, da hat irgendjemand aufgeräumt und sich nicht darüber beschwert, wie ich's gemacht habe. Also war mein Schluss aus der ganzen Geschichte, dass die Person so unfassbar sauer auf mich ist, dass sie mich einfach ignoriert. Oh Mann, ja, aber das ist super, super, super lieb von dir, Flo. Aber ihr braucht meinen Müll nicht wegräumen. Ich hatte echt, ich hatte kurz echt Sorge. Ja, aber, ja. Ähm, wenn wir das Gebäude von Gryffindor noch erkunden wollen, dann würde ich sagen, mach ich das jetzt mal an dieser Stelle. Weil sonst haben wir gleich ein Zeitproblem, wenn wir alles noch unter einen Hut bekommen wollen. Äh, Steine hab ich jetzt einige, die werd ich jetzt natürlich alle ordentlich wegräumen, Leute. Natürlich, natürlich, natürlich. So, Zeitumkehrer nochmal eben, Ahoi. Ähm, übrigens Leute, es tut mir leid, ich hab vorhin nach Fragen gefragt. Ich hab nach Fragen gefragt? Ja, ja, ist so richtig, Daniel. Also, ich hab nach Fragen gefragt, aber dann irgendwie hab ich mich selber wieder abgelenkt. War da irgendeine Frage zu LBH 1400, die ich nicht mitbekommen habe oder so? Ähm, während ich Steine reinräume, achte ich jetzt mal ganz explizit darauf. Wurde heute schon eingeteilt? Ja, wurde schon, wurde schon. Ähm, ähm, das ist immer blöd. Wenn ich Fragen stelle, muss ich mir natürlich auch merken, dass ich dann drauf schaue, um zu sehen, ob Fragen gestellt werden. Ja, Leute, irgendwann lerne ich das mit dem Streamen. Habt ein bisschen Geduld. Ähm, Ich hatte nur eine Frage zur nächsten, ihr könnt alles fragen, Leute. War die Verleihung schon? Nein, die Verleihung findet heute statt. Also, gleich. Also, nein, sie fand noch nicht statt, tatsächlich. Äh, wo ist hier die erste leere Kiste? Sind die alle voll? Lol? Hey, die sind alle voll. Wieso sind die denn alle voll? Sind die hier? Auch voll? Äh, oh, die sind leer. Aber warte mal. Oh Gott, ja, ich sollte das in der richtigen Reihenfolge machen. Wenn schon denn schon, Leute. Wenn ich mich schon unbeliebt gemacht habe, dann sollte ich jetzt wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. So, einmal alles da rein. So, guck mal, Flo, ich hab das alles richtig reingeräumt. Ich mag dich, Flo. Vielen Dank. Und ja, ich werd jetzt ganz lieb drauf ach... Nein, Nevio, ich hab dich nicht gesehen. Du bist sehr stealth, Nevio. Ich hab dich echt nie, nie gesehen. Nee, niemals. Und oh mein Gott, da ist... Okay, äh, Flo, das lässt du bitte alles stehen. Das räum ich weg. Das ist meins. Das räum ich weg und das räum ich auch. Ne, wobei, das ist ja ordentlich, oder? Das ist ordentlich. Aber das räum ich weg. Genau. Außer jemand aus dem Bauteam will sich dazu bereit erklären. Bauteam, möchtet ihr meine Sklavenarbeit erledigen? Ariana, möchtest du meine Sklavenarbeit erledigen? Oh, das war ein Nein. Hallo Tati. Ja, ich mach's alleine. Ist gut. Ich mach's ja alleine. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ähm, wie geht man nochmal? Warte. Slash Free Build. So. Äh, liebes Bauteam, ihr dürft gerne noch weiter zur Tat schreiten, gleich wenn die Verleihung ist. Verdammt, hab ich mich gerade geil gerettet, Leute. Ich bin verdammt normal, ein Terminator. Habt ihr gesehen, wie ich mich einfach vom Tod gerettet habe? Ich hab ein... Oh mein Gott. Carmen, hast du das gesehen? Carmen, hast du gesehen, wie ich mich einfach vom Tod gerettet habe? Ich bin ein unsterbliches Ducky-LP-chen. Ihr werdet mich niemals los, Leute. Ich werde immer an eurer Seite stehen. Wie ein ekliges, eklaftes, nicht mehr geschmackvolles Kaugummi in euren Haaren, was ihr so lange ausgekaut habt, dass es einfach null Geschmack hat und einfach nur noch nach Kautschuk schmeckt. Wie schmeckt eigentlich Kautschuk? Ich weiß es nicht. Es schmeckt halt einfach wie ein Kaugummi ohne Geschmack. So, ähm... Wieso ist die FPS-Seile hier so ranzig? Ich mach mal Sonnenschein, Leute. Göttliche Kräfte, Ahoi! Yay! Und es ist wieder Sonne, Leute. Meine göttlichen Kräfte sind allgegenwärtig. Hallo, Leute. Na, alles frisch bei euch in der Buchse? Ja, das freut mich doch. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ach ja, oh ne, ich wollte ja... Ich hab keine Lust. Warte mal, vielleicht... Ne, ich hab kein Feuerzeug da, sonst hätte ich sie direkt angezündet. Okay. Okay, also, ihr ominösen Gryffindor-Ottos. Kommt mal hier gefälligst hin und zeigt mir mal... Oh, da ist ein göttliches Abbild von mir. Wow. Nein, Spaß, Leute. Also an alle neun, die gerade dabei sind und an die eine neue Person, die vorhin ein Abo dagelassen hat. Äh, ich bin nicht eingebildet und ich hab auch kein Gottkomplex. Das ist Ironie, weil es echt Leute gibt, die meinen, dass ich mich als Gott der Wizarding World aufpustern würde. Und wir haben uns das mittlerweile einfach als sarkastischen Joke aufgenommen, weil es einfach echt lustig ist. Und, ja, ist ein bisschen zynisch auch. Aber das sieht uns ja ähnlich. Also, für daher, macht euch da nichts draus. Das ist nicht ernst gemeint. Ich bin der Letzte, der mich als irgendwas in der Richtung betrachten würde. Aber ich glaube, die, die schon länger dabei sind, wissen das. So, also, jetzt müssen wir mal gerade ganz kurz gucken. Also, alle, die vom Gryffindor-Team oder beziehungsweise von der Ron-Sekte sind, müssen jetzt natürlich... Oder, warte mal, sind die vielleicht schon da? Ähm, TP dich. Warte, was stand da? Komm zu Wop-Scholli slash Wop-Scholli So, da bin ich. Hallo, Leute. Ey, ihr Gryffin-Ottos. Oh, äh, Björn Bautrackl ist auch ein Gryff... Oh, warum tragen die das denn jetzt alle? Das ist ja widerlich. Oha. Ähm, haben wir... Björn, führ mich mal, bitte. Wo, wo, wo geht's hier lang? Oh, guck mal, da ist ein neuer. Ey, du bist neu hier am DA-Dorf. Ist schön hier, ne? Ja, finde ich auch. So, warte mal. Äh. Okay. Ja. Ähm. Also, ich erkenne hier keine... Gryffin-Sekte. TP dich einfach zu... MX-Schlag mich tot. Okay, machen wir. So. Hallo? Hi! Oh, Gott. Ich will wieder weg, Leute. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns. Tschüss. Manfred hat mir gesagt, dass irgendjemand diesen Stream beenden muss und dieser jemand soll wohl ich sein, weil Manfred wohl angeblich keinen Daumen hat. Yeah. Wie auch immer der dann LBH 1400 schneiden... Äh, ich meine, ich hab das geschnitten. Hi, Gryffindors. Schön, dass ihr alle am Start... Du bist... Hey! Hey! Nee, nee, nee. Sag mal! Du bist Hufflepuff! Hör auf, Ron anzubeten! Hey, das ist Schande! Nein, du bist Hufflepuff! Nee! Jetzt fangt nicht auch noch Hufflepuff hier... Äh, Carmen Malfoy! Hör auf! Nein! Oh nein, jetzt fangen die alle noch damit an. Das ist ja grauenhaft. Hufflepuff, ihr seid böse Hufflepuff-Vertreter. Weg mit euch. Ist ja schlimm genug, dass die Gryffindors schon damit anfangen. Hi, Gryffindors. Dann zeigt mir mal eure tolle Ron-Sekte, euer Ron-Gebäude. Ja, ich bin sehr gespannt. Schön, ich folge euch einfach mal. La 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 la, Ron ist scheiße. La la la... Ach so, da geht's lang. Oh, das sieht aus wie Rons Popertz. Äh, ich meine... La 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 la. La 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 la. Oh, schön. Äh, Besprechungsraum. Wird da besprochen, wie hässlich Ron ist? Wenn ja, dann verstehe ich das. Achtung, diese Blöcke sind cursed und verschwinden. Alles klar. Äh, warte, ich muss mich noch ein bisschen umgucken, ne? Ist ja kein Problem oder so, ne? So. Wow, das ist sogar ge... Lol. Die Ron-Sekte ist geheim, Leute. Voll special. Warte, wie kommt... Wow! Ne, Moment mal, das ist von der Ron-Sekte. Wie scheiße. Äh, lass mal kurz nach unten gehen. Ich komm gleich zu euch, Leute. Ich muss kurz, äh, in euren Privatsphären rumschnüffeln. Betreten für unbefugte, strengstens... Ich bin der Gott der Wizarding World. Lasst mich durch. Lasst mich durch! Ich bin der Gott der Wizarding World. Lasst mich jetzt... Äh, auslis, Gott. Ja, es tut mir leid, Leute. Auslis, Gott. Ist ja gut. Habt's verstanden, Leute. So, dann gehen wir halt hier rein. So, was haben wir denn hier alles? Wow! Warte mal, die... Wenn... Warte mal. Okay. Dunkelrote, Weinrote, Bordeauxfarbene Liste. Denn nein, Leute. Die hab ich nicht vergessen. Nein, hab ich echt nicht. So, also, Leute. Was wollt ihr mir denn zeigen hier? Kommt. Wollt ihr mir zeigen, wie Ron hier irgendwo... Irgendwie an der Guillotine hängt oder so? Äh... Ich muss das erst deuten, Leute. Das da ist widerlich. Während das da natürlich wunderschön. Aber das ist eindeutig widerlich. Hm. Bedeutet das Rot an seinem Kopf da, dass ihm irgendwie heftig auf den Kopf gehauen wurde, dass er blute? Ja, ein Herz! Über Dagi LP! Ron kriegt natürlich eine Gewitterwolke. Mach mal eine Gewitterwolke da drüber. Hässlicher Ron! Nein! Weg damit! Äh, äh, nein! Nein! Äh! Ich will das... Nein! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Ey, wieso kann ich das nicht... Ah, Mann! Nein, der Ron-Clan haut auf mich drauf. Okay. Okay, Leute. Also, es sieht sehr, sehr... Also, bis auf die Ron-Sachen... Oh, ein Plumpsklo. Lass mich mal rein. Was ist da? Privat? Hui! Private Sachen mag ich am allerliebsten. Oh, immerhin eine nette Person hier. Meine Güte, ich dachte ja... Moment mal. Ey! Ihr Ottos! Da muss Ron rein! Sag mal, was... Hier laufen die Uhren aber ein bisschen falsch rum, oder? So. Wart mal... Oh, Porn... Da darf ich nicht drauf gucken. Nicht vor 22 Uhr, Leute. Äh... Ja, gut. Wo sind wir? Ach, hier sind wir! Ach, lol! Hier sind wir doch vorhin gewesen. Das ist also... Ah! Ich verstehe. Okay, Leute. Also, dann besprechen wir jetzt mal gemeinsam. Wie hässlich findet ihr Ron? Schreibt es jetzt mal in den Live-Chat. Ich finde, wir sollten alle mal kurz darüber uns einig werden. Also, lieber Ron... Äh... Ominöse Ron-Sekte. Wie auch immer. Ach, da geht es auch noch weiter. Oh, Gott. Leute, was habt ihr denn hier umgesetzt? Holy Shit! Okay. Sieht auf jeden Fall so richtig Clubhouse-mäßig aus. Boah, das ist cool. Oh, das ist cool! Da kann man bestimmt viele lustige Dinge drin machen. Hä. 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 Äh... Ich darf nicht drauf eingehen, Leute. Fragt gar nicht erst. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall schön. Also, mal abgesehen... Oh, Niffler! Schick, schick, schnürig! Oh, cute Nisanfall! Könnt ihr nicht mehr von solchen Bildern aufhängen und nicht diesen hässlichen Rotschopf? Nichts gegen Leute mit roten Haaren, Leute. Ich mag alle Leute mit roten Haaren, außer Ron. Gut, dass wir das geklärt haben. Ähm... Was ist hier? Oh, ich will da nicht runterspringen. Oh, die springt ja auch runter. Anscheinend ist es in Ordnung zu sein. Äh, was habt ihr denn hier umgesetzt, Leute? Holy shit! Die haben sich echt Mühe gegeben. Also, es sieht schön aus. Ich würde es mehr appreciaten, wenn es nichts mit Ron zu tun hätte. Kein Kommentar? Ich kann halt nicht bauen. Hey, Moment mal. Das ist doch ein Zitat aus LBH 1400, oder? Ne, warte mal. Ne, da hat jemand gesagt, dass sie nicht reden kann. So, das... Hey, da muss der göttliche Ducky LP sitzen. Nein. Okay, sie haben auch noch ihren eigenen Swimming Pool. Sehr schön, sehr schön. Und wo ist jetzt die Leiche von Ron? Ich bin nur für die gekommen. Ja, Leute. Habt ihr auf jeden Fall einen schönen... schönen Ort hier. Wie gesagt, ein bisschen weniger Ron-Bilder. Da müsste ich auch ein bisschen weniger kotzen. Und wir hätten alle was davon. Zieht euch einfach mal andere Klamotten an. Die sind nämlich brutal hässlich. Ist Auslaufmodell. Ähm, aber ja. Äh, demnächst hau ich bestimmt noch mal irgendwie neuen Merch raus. Dann könnt ihr euch den holen. Der ist bestimmt viel schöner als eure hässlichen Ron-Klamotten. Aber macht euch nichts draus. Äh, betreten auf eigene Gefahr. Oh, das sieht schön aus. Ja, das sieht aus... So hab ich mir die Ron-Sekte vorgestellt. Okay, gucken wir mal rein. Äh, hier ist gar kein Ron. Hey! Ihr Ottos! Ich glaub's ja wohl. Hier, einfach mich einsperren. Dann betreten auf eigene Gefahr. Elternhaften? Mit der deutschen Sprache haben sie es... Ja, guck mal. Bietet man einmal Ron an und schon verliert man sämtliche Gehirnzellen. Ja, ihr könnt mich mal nicht... Also ob ich hier reinspringe... Na gut, ich geh rein. Okay, mach zu. So. Ey! Ich bin jetzt schon hier... Ja, bitteschön. Die brauchen aber lange für ein Erfolgserlebnis. Ey, jetzt lasst mich raus! Ich muss euren Pokal jetzt abgeben. Kommt, Leute! Äh... Mönchchen, was machen wir jetzt hier? Ich will die Axt da ehrlich gesagt nicht im Bild haben. Finde ich... Ah, wir sollen uns durch den Boden buddeln. Ah, alles klar. Ja, Leute. Habt ihr auch so verstanden, ne? Wir buddeln uns einfach durch den Boden. Ey! Ey! Oh, ich kann raus. Okay, alles klar, Leute. Also, ne... Ne sch... Ne schöne Geheimbasis. Aber was ihr anbetet, ist einfach ekelhaft, Leute. Das müsst ihr euch leider... Muss ich euch leider mal in den Kopf schlagen. So. Dsch in den Kopf. Dsch in den Kopf. Äh... Lol, meine Maus funktioniert... Ah, jetzt. Dsch und, äh... Dsch und, äh... Dsch und... Ja, Leute. Ich hau da mal ab, bevor hier Ron himself noch auftauchen sollte. Wobei, eigentlich wäre das schön, weil dann würde ich ihn ver... Oh, ein Spielezimmer! Ein Spielezimmer! Oh, mein Gott. Warum sagt ihr nicht gleich? Warum gehen wir nicht sofort hier hin? Ein Spielezimmer, Leute. Oh, mein Gott. Mit Billard und Luftballons. Wieso führt ihr mich denn an so komische Orte? Oh! Riesenschnuller! Wo gibt's die denn? Hab ich noch nie gesehen. Aber ich find cool, dass es sie gibt. Ah, ne. Das ist ein Gaskanister. Ich dachte, das wäre... Oh, nein. Oh, nein. Ich dachte, das wäre ein Riesen-Milch-Schnuller. So, wisst ihr, was man Babys gibt? Wo man die Milch rein tut. Wo die dann so saugen, wisst ihr? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich fand die toll. Aber jetzt weiß ich, dass es Gaskanister sind. Ich frag mich, was die Gaskanister da sollen. Ey, ihr solltet ja aber nichts in die Luft sprengen, ne? Freunde der gepflegten Unterhaltung. Du hast einen Zaun im Kopf. Alles klar. Ja, äh... Schöner Spiele. Das ist übrigens mein Highlight, Leute. Oh, da ist ein Ball. Ich will den Ball. Ich will den Ball. So. So. Kommt, Leute. Eine Runde. Komm hier, Cat Granger. Los, pass den Ball. Nein, passen. Ey, du bist ja kein Teamplayer, ey. Unfassbar. Jetzt kommt Daniel Granger. Ich meine, Ducky LP. Und Tor. Ich meine, Korb. Ist ja auch egal. Ich bin... Leute, ich kehre jetzt zurück. Das wird hier alles sehr, sehr lost. Und das ist auf einer Lostigkeitsskala sehr, sehr hoch angesiedelt. Und zwar so hoch, dass selbst ich das nicht mehr als normal erachte. Hi, Leute. Ich hab mich nicht gedrückt. Ich war bei der Ron-Sekte. Und die haben mir ihr blödes Geheimversteck gezeigt. Was soll ich denn machen? Ich war beschäftigt mit hässlichen Ron-Bildern angucken. Aber da war auch ein Niffler-Tati. Der war voll der schnuffige Niffler. Der hat so lustig geguckt. Und ich hab einen Cuteness-Anfall bekommen. Ja, Tati. Und ich hab einen Kopf von dir gesehen. In riesiger Dimension. Und von Fifi. Das war spannend. Hi, Tati. Warte, hab ich irgendwas falsch gemacht? Nee, ne? Achso, ich soll vielleicht Zeitungkehr reinsetzen. Zeitungkehr, ahoy! So, dann kehren wir mal zurück zu Wop. Nee, warte mal. Wir sollten erst die Galeonen geben. Und dann zu Wop-Kobbel. Und dann nehm ich denen die Baurechte. Und dann machen wir die Verleihung. Ey, Leute. Ich bin heute richtig professionell. Currywurst-Pommes, ahoy! Ja, aber Leute. Ey, gute Nachrichten für euch. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen weniger Currywurst-Pommes essen. Äh, Begründung ist die. Ich hab keine grüne Tabasco-Soße mehr hier. Ich fress das Zeug immer mit grüner Tabasco-Soße. Ich lehre immer so ne halbe Flasche über eine Currywurst-Pommes. Ich liebe das. Ohne Scheiß jetzt. Also wirklich Real Talk. Und, ähm... Ich hab keine mehr. Ich hab mir zwölf Flaschen davon gekauft. Und jetzt hat der Laden zu, wo ich mir die immer gekauft habe. Und die wenigsten Läden haben die grünen, nur die roten immer. Und ich mag die roten nicht. Ich mag nur die grünen. Und, 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 und... Ich hab heute Currywurst-Pommes ohne die Soße gegessen. Und es war einfach nicht dasselbe, Leute. Es war einfach nicht dasselbe. Und jetzt bin ich sehr traurig. Und ich weiß gar nicht, ob ich so geil auf Currywurst-Pommes bin. Ohne meine grüne Tabasco-Soße. Irgendwie war ich eher Tabasco-Soßen-süchtig als Currywurst-Pommes-süchtig. Aber das wird sich noch rausstellen, Leute. Guck mal, da warten die schon beim Pokal-Zimmer. Das ist voll geil, dass man das so hier schon sieht. Dass die da unter der Erde sind. Ähm... So. Also, äh... Baut.p. Kommt mal alle her, Leute. Denn jetzt kriegt ihr eure Galleonen. Und Vorsicht, nicht runterfallen, bitte. Das wär voll vorteilhaft. So. Und ich geh mal in den richtigen Game-Mode. So. Und dann flutschen uns mal eben hier so ein paar Galleonen raus. So. Ne? Wie Harry im Hogwarts-Express. So. Und dann Slash, Sign und E. Vielen. Musik ist aus. Moment, Leute. Da hat Priorität. Moment. So. Ich will Vogelgeswitcher hören. Ohne Vogelgeswitcher. Ohne mich. So. Nochmal. Slash, Sign und E. Vielen Dank, du ominöser Odd. Ne, das schreibe ich nicht so lang. Vielen Dank für deine... Mithilfe in... Ne, im... Boah, ich kann das alles nicht mehr, Leute. Ich hab zwei Wochen nicht gestreamt. Im... Hashtag... LBH... Livestream... Vom... Welchen haben wir heute? Äh... Wartet. Vierten? Im vierten Mai. Wow. Vierten Mai 2021. Und ein Herzchen. So. Wunder Bärchen-Pupärchen. Gut. Dann fangen wir mal an. Liebe Lily96, vielen Dank fürs Mithelfen heute. Dankeschön. Vlog. Ja. Regen. Dankeschön. Ich werde meine gottgleichen Kräfte nutzen, damit der Regen dein Feuer erlischt. Ha ha ha. Ha ha. Ha. Endlich mag ich den. Jetzt mag ich den Regen ausnahmsweise mal. Böser Vlog. Regen, tu dein Ding. Genau. So Vlog, hier bitteschön. Eine Galeone für dich Vlog, auch wenn du sie gar nicht verdient hast. Oh. Oh. Ja. Ist halt Regen, ne? Geht das Feuer halt sofort wieder aus, ne? Ja. Was lernen wir daraus, Kinder? Genau. Wenn ihr euch anzünden wollt, dann bei Regen. Ja. Schreibt euch das bitte auf, Kinder. Nächste Woche frage ich euch ab. So. Äh. Ariana die Kalte. Vielen Dank fürs Helfen. Mein Auge juckt. Warum juckt mein Auge schon wieder? Vom ganzen Blödsinn... Ne. Dann juckt meine Nase. Wenn ich Blödsinn labere, juckt meine Nase. Ne. Warte. Mein Auge juckt. Juckt mein Auge oder meine Nase, wenn ich scheiße labere? Beides manchmal. Ist ja auch egal. So. Äh. Sophie D.A. Vielen Dank fürs Mithelfen heute. War voll Töfte, wie du das gemacht hast. So. Revona, du hast ein scheiß Outfit, wie gesagt. Aber du hast trotzdem gut mitgearbeitet. Deswegen kriegst du auch ne Galeone. Aber zieh dich bitte um. N. So. Ähm. Äh. Dodo Linchen. Vielen Dank auch an dich fürs Mithelfen. Dankeschön. Dann auch an Brilli JT, was nicht YouTube heißt. Und sie hat ein Lama auf dem Oberteil. Da bin ich mir absolut sicher. So. Und Action Andi. Vielen, vielen Dank auch an dich fürs Mithelfen. Kannst ja auch mit Balou teilen. Einfach in der Mitte durchschneiden. Dann passt das schon. So. Paula Lucia. Vielen Dank natürlich auch an dich fürs Helfen. Ey. Die wollen, dass mein Kanal gesperrt wird, oder? Die wollen einfach, dass mein Kanal gesperrt wird. Ich weiß es. Die. Wie die jetzt hier einfach rummachen, obwohl noch nicht 22 Uhr ist. Es ist unfassbar. Hallo. Andi. Du bist als Oro eingeteilt worden. Du bist hier eine. Ähm. Wie nennt man das? Eine Disziplinar-Person. Ne. Eine Autoritäts-Person. Du musst dich an die Gegebenheiten und Geflogenheiten halten. Ihr könnt gleich rummachen. Ich gucke euch dann auch gerne dabei zu. Das ist alles kein Problem. Aber nicht, wenn ich live bin. So. Hier eine Galeone für dich, lieber Andi. Bitteschön. So. Und jetzt müssen wir ganz schnell das Bild ändern. Denn, wie gesagt, das ist nicht für eure minderjährigen Augen bestimmt, Kinder da draußen. Und an die Erwachsenen von euch. Schaltet einfach wieder ein, wenn 22 Uhr ist. Ja, pfui. Genau, Carmen. Sag ich auch. Ne. Pfui. Habt ihr gehört? Carmen hat gesagt, pfui. Pfui, 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 pfui. So. Ähm. Daniel, wir müssen noch unser Inf. Achso. Ja, okay. Dann könnt ihr das eben machen. Geben wir doch mal eben zu Wopcobble. So. Dann nochmal Slash Bautip. So. Dann lehrt mal eben euer Inf, Leute. Und ich gebe euch schon mal Bau, Pay und 1000 Tacken. So. Wunderbar. Oh, guckt mal, Leute. Es schneit. Das erinnert mich immer an Olaf. Kennt ihr Olaf aus Frozen? Ich identifiziere mich ein bisschen zu sehr mit diesem Schneemann. Aber ich finde den Charakter von ihm so unglaublich schön, Leute. Olaf aus Frozen. Er ist einfach die tollste, tollste Figur, die jemals in einem Disney-Film existiert hat, oder? Sind wir uns da einig? Ich meine, Olaf liebt Umarmungen. Und er ist einfach so süß und treu-doof und total cute. Und er hat immer so süße Sprüche auf Lager. Und eigentlich ist er kaum eine Hilfe, außer dass er einen moralischen Beistand leistet. Und er ist halt einfach knuffig und man möchte ihn einfach drücken. Er ist so süß. Ich mag Olaf. Sorry, Leute. Das ist jetzt nur wegen dem Schnee. Ich, äh, ja. Genau, ich habe solche Anfälle normalerweise ganz selten. Also, relativ selten. So, Leute. Seid ihr ab? Warte, ich kann ja schon mal zu Wopcobble gehen. Äh, Wopcobble, wollte ich sagen. So. Döhm, 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 döhm. Dann machen wir mal Slash Sun. Hallo, Leute. Na? So, gehen wir einmal nach oben. Ich, äh, er cheate mir mal. Ja, logisch muss man den Pokal ja eh er cheaten. Ist ja klar. Warte mal. Ne, warte, das war der nicht. Warte mal. Welchen haben wir da nochmal genommen? Das war der ganz normale Feuerkelchglau... Ne, warte mal, war das... Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Wir können es... Der hier war das doch, oder? Ja, der war das. Ja, genau. Okay, also den Pokal haben wir schon mal. Den kann ich leider nicht signieren. Also, wir machen das gleich natürlich mit dem Schild. Weil, ja... Weil, 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 weil... Weil die Signierung halt weggeht, wenn das so... Man, Leute fragt doch nicht immer so komische Dinge. So, ähm... Oh, hallo Chrissy! Hey, du warst auch bei LBH 1400 dabei. Ich konnte es nicht lassen, Chrissy. Es tut mir leid. Ich muss das tun. Es war einfach so niedlich. Eva! Es tut mir leid. Wir lachen mit dir, Chrissy. Nicht über dich. Ja, es war so gut. Ähm, okay, okay. Ähm, ich muss Schilder suchen, Leute. Und mich nicht über Community-Mitglieder lustig machen. Ähm, wieso habe ich eigentlich so viele Abonnenten? Ich verstehe das nicht. Äh, wobei wir dissen uns dagegen. Äh, ey, Leute, ich muss hier an die Kisten. Halt auf, mir vor die Füße zu springen. Sonst verprügel ich euch. Oder bringe euch... Ne, ich bringe euch um. Ich bringe euch um. Also in Minecraft, nicht im Real Life, weil sonst könnt ihr mich anzeigen. So, äh... Oh, da war noch ein Pokal drin. Aber der war signiert. Den darf ich nicht nehmen. So, haben wir da oben. Ähm... Guck mal, Anni kommt direkt und, ähm... Ja, sie wird ihrem Rang als Auro schon direkt gerecht. Gut gemacht, Anni. Sehr schön. Äh, wo sind denn die verdammten... Blöden... Oh, da. Okay, alles klar. Okay, wie machen wir das jetzt, Leute? Ich bin natürlich vorbereitet wie eh und je. Gar nicht. Ähm... Wir machen das am besten so. Ich mache als erstes Schild an. Weil sonst wird das hier gleich Augenkrebs. So. Kannst du dich TP'n? Ah, TP. So. Hallo, Carmen! Und, warte mal, ist das, äh... Gryffindor-Team auch schon hier? Ein paar sind schon hier. Also nicht vom Gryffindor-Team, aber so halt Zuschauer, sag ich mal. Ist das jetzt zugemacht oben? Ja, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Also, gleich können alle natürlich rein. Aber wenn jetzt hier alle rein könnten, dann würde der Server uns ein sehr ruckliges Bild abgeben. Deswegen lassen wir das lieber. So, ähm... Wir kommen nicht nach LB... Aha! Ich würde jetzt mal fragen... Liebe Leute... Wären ein paar Zauberer gerade so lieb und könnten ins DA-Dorf wechseln, damit das Gryffindor-Team auf den, äh... auf den Hogwarts-Server kann? Das wäre ultra lieb. Ich denke, das kriegen wir hin. Die DA ist sozial. Wir schaffen das bestimmt. Wäre es okay, wenn, ähm... Ein paar von euch, also mindestens acht oder maximal acht, besser gesagt, ähm... Von den Zauberern kurz ins DA-Dorf gehen und den Gryffindor den Platz frei machen. Das wäre mega, mega lieb von euch. Das schaffen wir. Und an die Gryffindors vom Team gerichtet, äh... Versucht einfach die ganze Zeit, da wechseln schon einige super, mega lieb von euch. Danke. Ein Riesenherz an euch. Es ist echt wundervoll. Dass sowas einfach mal eben so random klappt, das ist einfach toll. Ich liebe das. Okay, dann tp-hen wir schon mal die Ersten hier hin. So, Mönchen. So, die Erste haben wir hier. So, dann... MX, schlag mich tot. So, und Ducky LP, so. Dann TP, Cat Granger, Ducky LP. So, TP, Emmy Granger. Da war sie. So. Äh, den Revo müssen wir uns holen. So. Ähm, jetzt müsst ihr mir mal... Warte, 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 warte. Wer war noch alles beim Gryffindor-Bewertungsteam dabei? Ich... Warte, ich gucke jetzt nochmal gerade ganz kurz. Äh, Björn war noch dabei, glaube ich. Björn, du warst dabei, ne? Ja, er war dabei. Björn. Äh, ich kann nicht schreiben. Warte, ich hab's gleich. So, jetzt müssten noch zwei Leute fehlen. Ach ja, klar, Action. Ah, ich bin, ja, auf den Kopf gefallen. Tut mir leid, Leute. Also, eine Person müsste noch fehlen. Luise. Luise. Luise, da ist sie doch. Und so, jetzt sollten wir alle hier haben von den Gryffindors. Also, nochmal. Herzlichen Glückwunsch an euch Gryffindors. Zum Sieg von LBH 1400. Ich hab euren Pokal hier in der Hand. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und habt ihr wirklich, wirklich gut umgesetzt. Übrigens, an alle, die gerade zuschauen. Diese Woche wird in LBH deren Bauprojekt schon in einer Fünfer-Together-Folge umgesetzt. Ähm, zumindest anteilig. Was genau wir geschafft haben und was nicht, das werdet ihr ja sehen. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf zwei Fünfer-Together-Folgen in dieser Woche freuen. Und ja, wird spannend auf jeden Fall. Und ihr hört dann alle die vier hier aus dem Bauteam. Also, Cat Granger, Emmy Granger, München und, 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 und. MX schlach mich tot. Genau, hört ihr dann mit in der Together-Folge. Wird sehr, sehr cool, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr habt es wirklich unglaublich toll gemacht. Und ja, ihr erweist eurem Haus mal wieder große Ehre hier auf dem LBH-Server. Und habt's geschafft, dass jetzt der dritte Pokal, das dritte Event vom LBH-Special, auch an Gryffindor geht. Wir gucken nochmal kurz auf die Historie. Ähm, zu Ehren von Gryffindor war beim 10.05.2020 zu LBH-1200. Da hat Gryffindor den Sieg nach Hause geholt. Dann im darauffolgenden Special hat Slytherin den Haus, also den Pokal ins Haus geholt. Also zu LBH-1300 am 1. November 2020. Und jetzt kommt der dritte Pokal hierhin. Und zwar der Pokal von Gryffindor zu LBH-1400. Und das machen wir jetzt mal. Warte mal, was steht da eigentlich? Ach, schade. Äh, ja, Leute, ich bin so talentiert. Zu Ehren von... Okay, müssen wir ja gleich schreiben. So, zu Ehren von... Ich hätte mir das wirklich... Zu Ehren von Gryffindor... Was stand denn nochmal alles? Äh, äh... Äh... Jetzt das Datum und dann das Special, ne? Oder jetzt das Special und dann das Datum. Wenn ich jetzt nochmal gucke, dann ist das wieder alles weg. Dann muss ich das nochmal neu schreiben. Hilft mir mal jemand? Carmen! Was stand nochmal in der dritten Zeile? Carmen! Datum? Erst Datum? Okay, danke, Leute. Äh, welche... Wann war denn das Special? Am zweiten... Ah, klar. Ja, ja, logisch. Habe ich das mit Zahlen oder mit Wörtern? Nein! Ich habe es mit Zahlen ausgeschrieben, glaube ich. Der Mai war der fünfte Monat, ne? Oh Gott, Leute. Aber habe ich das mit 0,2 geschrieben oder habe ich das... Wie habe ich das Datum ausgeschrieben? Habe ich das komplett ausgeschrieben oder... Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer wird. Habe ich das Datum? Zahlen ohne 0. Okay. Ich kriege das hin. Habt mal ein bisschen Geduld, Leute. So, so, ne? Zweiter, fünfter... Okay. Und... Habe ich ein Hashtag davor gesetzt? Carmen! Habe ich ein Hashtag vor das LBH gesetzt? Es tut mir leid, Leute. Habe ich ein Hashtag vor das LBH gesetzt? Äh... Äh... Ja, mit Hashtag. Alles klar. Danke, danke, danke. Äh... 1400. So, schwere Geburt, Leute. Herzlichen Glückwunsch, Gryffindor! Zum Sieg bei LBH 1400. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und... Ja, Leute. Wollen wir die Türen öffnen, Carmen? Einfach mal gucken, ob der Server das aushält. Ich hätte voll Bock, dass jetzt hier alle reintanzen und wir eine fette Party schmeißen. Ich mach das einfach und krieg dann am Ende Ärger wahrscheinlich. Aber, naja, sie müssen schneller schreiben, als ich oben bin. Ha, 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 ha. Ah, Daniel, du bist so ein Arschloch, ey. Äh, äh... Oh, sie schreibt Uff. Aber sie hat noch nicht Nein geschrieben. Sie hat noch nicht Nein geschrieben. Sie hat noch nicht Nein geschrieben. Schnell, Daniel. Schnell, 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 schnell. Du bist gleich da. Hui. Oh. So, kommt rein, Leute. Schnell, bevor sie Nein schreiben. Ach so, ich hab ein Schild an. Schnell runter. Oh, oh, oh. Schnell, kommt runter, Leute. Los. Nein. Ja, ich mein das Serverteam, Leute. Ihr dürft nicht Nein schreiben. Kommt rein, los. Hat da jemand Nein geschrieben? Also vom Serverteam? Ich muss mal... Ah, nee, sie hat nur Uff geschrieben. Uff ist nicht Nein, Leute. Uff ist nur Uff. So. Äh. La, 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 la. Kommt mit, Leute. Es wird spannend. Hält der Server das aus? Beziehungsweise halten das die PCs der anderen Leute aus? Ist hier die Frage. Party! Wuhu! Äh, ich würde jetzt gerne ein Lied singen, Leute. Aber wie ihr alle wisst, bin ich nicht so gut im Singen. Deswegen singe ich das einzige Lied, was ich kenne. Alle meine Entchen schwimmen auf dem... Ich bin nicht so gut in Party-Stimmung, Leute. Aber ich kann jetzt auch kein Lied einblenden, weil das ist urheberrechtlich geschützt. Und, naja, äh, da wird das ja alles auch wieder geklebt. Und ich hab schon mit LBH 1400 keinen Cent verdient. Aber ich mach das beruflich, Leute. Ich muss ein bisschen drauf achten. Ja, das ist Real Talk. Immerhin, ne? Ich hätte ja auch sagen können, dass es andere Gründe hat. Das hast du gut gemacht, Daniel, glaub ich. So, äh, ja, Leute. Dann, äh, habt mal ganz... Ey, guck mal, das funktioniert ja einigermaßen. Das ist ja mega cool. Das ist echt cool, dass jetzt hier so viele sind im Pokalzimmer. Und, ja, Gryffindor, ihr habt das echt mega, mega geil gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Also, eigentlich nicht, weil ich war für Hufflepuff, wie schon gesagt. Aber, ja, beim nächsten Mal. Für LBH 1600 holt Hufflepuff das Ding. Das sag ich euch jetzt schon. Hufflepuff macht mich stolz. Ja, äh, demnächst gibt es eine Qualifikationshase für alle, die ins Haus Hufflepuff wollen. Die müssen einen Test machen vorher, dass sie alle samt mega geil bauen können und Profis im PvP sind. Nein, Spaß, Leute. Micho hat die Tür wieder geschlossen. Achso, okay. Ja, ich lass sie zu. So, ja. Achso, da sind alle... Okay, ja, Micho. Ja, 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 ja. Okay, ich glaub... Okay, ich geh ja schon. Okay, Leute. Ihr könnt da später rein. Wenn's nicht ganz so voll ist, dann könnt ihr euch das auch alles selber angucken. Aber der Server weint, glaub ich, gerade Tränen. So, Zeltumkehrer, ahoy! So, wie findet ihr übrigens meine Deko-Aktion, Leute? Ich hab hier überall Gryffindor-Banner und die Dinger gesetzt. Ich dachte, das wär ganz schön so zur Feier des Tages. Ja, da hinten auch, Leute. Aber im Creative werd ich nachher wieder entfernen. So, ähm... Geribus-Bummes, ahoy! Leute, ich hoffe, der Livestream hat euch gefallen. Und nochmal ein riesengroßes, herzlichen Glückwunsch. Ein riesengroßes, herzliches Glückwunsch. Äh, großes Glückwunsch, großer Glückwunsch... Ach man, Leute, es klappt heute nicht mehr. Ich wünsche auf jeden Fall Gryffindor, alles Glück der Welt. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg zu LBH1400. Wortfindungsstörungen sind heute absolut am Start. Und ich hoffe, dieser Livestream nach zwei Wochen Pause hat euch gefallen. Und, äh, ich hoffe, eure gerade wiedergewonnenen Gehirnzellen sind nicht direkt wieder abgestorben. Falls doch, tut mir das, glaub ich, ein bisschen leid. Und, ähm, schaltet einfach am Donnerstag wieder ein, weil irgendwann gewöhnen sich die Gehirnzellen dran. Das ist ungefähr so, wie die körpereigene Hygienesache beim, ne, so... Also, angenommen, ihr würdet jetzt ein Jahr nicht mehr duschen, dann würdet ihr nach einem Jahr nicht mehr schlecht riechen. Obwohl ihr nie geduscht habt. Weil euer Körper eigene Enzyme bildet, der dafür sorgt, oder die dafür sorgen, dass ihr dann nicht mehr stinkt. Und so ist es auch hier. Am Anfang sterben alle eure Gehirnzellen ab. Aber wenn ihr lange dabei bleibt, dann... Ja, ich muss mal zum Ende... Leute, ich wünsche euch einen wundervollen Abend, aber wir müssen noch eben zu denen spenden. Genau, ja, 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 Leute, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Warte, 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 warte. So, da sind sie doch, sehr schön. Okay, Leute, also, ähm... Die erste Spende, die ich noch nicht vorgelesen habe, kam von Dodolinchen. Sie hat am Anfang vor dem Stream 43 Euro gespendet. Und hat geschrieben, ich spende noch schnell was Kleines, ehe der Stream losgeht und ich schuften muss. Sehr vorbildlich, Dodolinchen, sehr vorbildlich. Ich freue mich so, dass du wieder streamst. Du bist mein Tageshighlight, juhu. Dankeschön, Dodolinchen, das freut mich sehr. Das ehrt mich sehr. Vielen, vielen Dank und ein fingergeformtes Herz an dich. Dankeschön. Ähm, und viel zu hohe Spende, aber das muss ich dir nicht sagen, oder? Doch, viel zu hohe Spende, Dodo. Viel zu hohe Spende. Dankeschön. OscarBlackDA hat 5 Euro gespendet. Das Special war Bombe. Ich fand das mit dem Zeitungkehrer so episch und cool, vor allem die Musik. Ja, dankeschön, Oscar. Freut mich sehr. Die Musik war diesmal eine ziemliche Herausforderung, weil es mittlerweile echt schwer ist, geeignete Soundtracks für so einen Trailer zu finden. Also, die meinen Erwartungen entsprechen, weil ich habe sehr hohe Erwartungen an so einen Soundtrack. Ähm, und ja, es freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Und der Zeitungkehrer natürlich war auch sehr cool. Bin sogar damit am liebäugeln, ob es dazu wirklich mal die Amage gibt, weil das so oft gefragt wurde und ich schon wieder Geld rieche, Leute. Und ihr wisst ja, ich bin unfassbar geldgeil. Ähm, aber es wäre auch irgendwie cool. Oder irgendwie ein Merch-Oberteil mit diesem Zeitungkehrer. Und der, es wäre schon fancy, oder? Muss ich mal, es war, ich habe noch nichts da geplant, Leute. Es ist einfach nur so ein Grundgedanke, den ich da durch euch entwickelt habe. Aber was da ist, das werdet ihr noch früh genug erfahren irgendwann vielleicht. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Vielen Dank, Oscar, nochmal. Miss Schokolazio hat einen Euro gespendet. Hallo, na, erkennst du, was sich an meinem Namen geändert hat? Miss Schokolazio. Nee. Ehrlich gesagt nicht. Ist das R bei Miss? Hast du vorher nur MS geschrieben? Ich weiß es nicht. Aber der Name, also ich weiß, du heißt Lisa im Real Life, ne? Guck mal, ne? Community näher und so, ne? Ne, ne? Sie heißt wirklich, ich bin sicher, dass sie Lisa heißt, Leute. Äh, ja. So, Miss Schokolazio, bitte einmal kurz schreiben, dass du wirklich Lisa heißt, damit ich mit meiner Community in Nähe flexen kann. Dankeschön. Und ich weiß aber sonst nicht, was sich an deinem Namen geändert hat. Aber ey, immerhin weiß ich, du im Real Life heißt so, ne? Das ist ja auch schon mal was. Vielen Dank für die Spende und ein fingergeformtes Herz an dich. Dankeschön. Ähm. Und Dankeschön, Xenia. Das ist sehr lieb von dir. Ähm. Gigi Schmidt hat 2 Euro gespendet. Heute neu auf den Server. Super netter Support. Das hört der Support sicher gerne. Vielen, vielen Dank, Gigi. Und freut mich sehr, dass du auf den Server gefunden hast. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dort. Dankeschön. Bin endlich auch mal wieder dabei. Daher auch mal wieder eine kleine Unterstützung für Currywurst Po. M-M-M-E-S-Lach in der Smiley mit geschlossenen Augen. Naja, ich bräuchte jetzt eigentlich viel mehr Tabasco-Unterstützung. Aber ey, vielen, vielen Dank, Oma Lizzie. Dankeschön. Das ist mega lieb von dir. Und ich wünsche dir auch einen wunderwundervollen Abend und ein fingergeformtes Herz an dich. Dankeschön. So. Oh, Leute. Ich will doch zum Ende kommen, ihr Dussel. Jetzt hört doch mal auf hier. Das ist unfassbar. Ihr seid echt nicht normal. Ah, gut. Wem sage ich das? Also, wer im Glashaus steht, sollte nicht mit... Habe ich nicht vorhin gesagt, dass ich Sprichwörter nicht mehr nutzen möchte? Hat ja lang gehalten. Schicka, 10 Euro gespendet und geschrieben. Das Special war echt nice. Aber ich würde jetzt nicht so einen Stein... Äh, würde... Was? Aber würde jetzt nicht so einen Stein meißeln, dass wir nach dem Schema der Gryffindors bauen. Immerhin waren das nur 16 Stimmen. Sollte da nicht die ganze DA abstimmen. Äh, da nimmst du mir jetzt gerade was vorweg, was später auch in den Together-Folgen erklärt wird. Wir werden Aspekte von jedem Haus nehmen und auch noch weitere Aspekte, die nachträglich gebaut werden. Es ist nicht eine 1 zu 1 Umsetzung, sondern wir werden die geilsten Aspekte von Gryffindor nehmen und die geilsten Aspekte von anderen Häusern und alles so mischen. Aber das Gryffindor-Team baut halt mit mir zusammen. Das ist der Preis gewesen. Aber natürlich werden wir da noch mehr umsetzen. Auf jeden Fall. Das ist ein Plan, den wir da verfolgen und das werde ich auch in den nächsten Folgen dann nochmal erklären. Genau, danke Schicker. Und er hat nochmal 5 Euro gespendet. Bin nämlich für Hufflepuff und Bewertungsteam war trotzdem für den Pokal wichtig und spiele nebenbei HP2 auf PS1. Voll nice. Oh, das ist echt geil. Das ist mega retro. Ich will das auch mal wieder spielen. Ich hoffe, das kriege ich mal wieder hin. Das wäre voll geil. Aber vielen Dank, Schicker, nochmal für die Spende und ganz liebe Grüße raus an dich. Und grüß Marie von mir. Falls sie jetzt nicht hier auch gespendet hat und ich sie eh grüßen kann. Aber nee, ich sehe sie nicht. Okay. VAB hat 14 Euro gespendet. 1.400 Cent zur 1.400. Folge. Map-Review gibt es diesmal leider nicht am 7.7., aber was Entsprechendes. Ähm, falls du Bock hast, kannst du dir meine Reaction ansehen. Wenn du, wenn nicht, dann nicht. Machen wir gerne am, vielleicht Donnerstag? Oder ich muss mal gucken, wenn die... Also ich kann natürlich nicht das ganze Video gucken, weil ich denke mal, das wird dann sehr lang sein, ne? Aber ein Stück davon könnten wir uns gerne ansehen. Oder wir machen das so, dass ich... Ja, oder ich gucke das halt privat so. Ich muss mal gucken. Was wäre dir lieber, VAB? Lass mich mal gerne wissen. Dankeschön. Smiley mit Herzen als Augen. Smiley mit Herzen als Augen. Michael Draco. Harry Jackson Potter Draco. Kreativer Name. Vielen, vielen Dank für diese Spende. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Finger geformtes Herz an dich und ein ganz großes Dankeschön. Dankeschön. Oh Mann, auf Dankeschön zu sagen, Daniel. Oh, ich hasse dieses Wort. Aileen Lisa hat 5 Euro gespendet. Moin. Ich hatte heute Prüfung. Teil 1 der Einzelhändlerabschlussprüfung. Hey, die habe ich auch gemacht. Und ich habe sie bestanden. Also hast du die auch bestanden, lieber Aileen. Wenn ich die bestanden habe, mit einer 2, dann hast du die mit einer 1 plus ohne einen einzigen Fehler bestanden. Ich glaube an dich, Aileen. Das wird schon. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und ich drücke dir die Daumen. Und ja, war jetzt nicht so schwer, oder? Komm. Ich glaube, das schaffst du. Bin ich sehr sicher. Auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen und ganz lieben Dank an dich. Dankeschön. Oscar Black hat 2 Euro gespendet. Bei uns ist die Gardinenstange weggeflogen. Ja, ab nach Hogwarts, würde ich sagen, ne? Oscar, hätte sich mal draufgesetzt. Vielen, vielen Dank für die Spende und einen schönen Abend dir. Altronny CK hat 5 Euro gespendet. Daniel, kannst du mich auch einteilen? Ich bin auch schon länger auf dem Server und heiße... Nick. Wenn du nochmal anfragst, werde ich deine Nachricht nicht mehr vorlesen. Da muss ich leider hier den Erzieher raushängen lassen und sagen, du hast beim letzten Mal vor zwei Wochen schon immer wieder mit einer Spende nachgefragt, ob ich dich einteile. Und da habe ich dir schon dreimal gesagt, dass ich dich nicht einteile, wenn du durch Spenden danach fragst, sondern dass es durch andere Faktoren kommt. Und wenn ich das jetzt nochmal von dir lesen sollte, dann werde ich deine Nachricht nicht mehr vorlesen bei der Spende. Also klar, kannst du mir gerne weiter Geld spenden, so sage ich nicht. Nein, ich bin geldgeil, wie gesagt, aber ich werde sie dann nicht vorlesen. Also nein, ich bin nicht geldgeil, aber ich werde sie wirklich nicht vorlesen. Also ja, ich hoffe, wir kriegen das hin. Dankeschön. Ähm. Gabi Gabel hat 5 Euro gespendet. Hallöchen, schön deine Hackfresse wieder live zu sehen. Hihi. PS, das Special war toll. Hab euch lieb. Dankeschön, Gabi. Das ist super lieb von dir. Und auch ein fingergeformtes Herz an dich. Dankeschön. Ähm, Schicka, wieder 10 Euro. Schicka, was ist denn los mit dir? Ist in Österreich gerade irgendwie Inflation oder? Ne, war das ja schlecht. Äh. Tipp für die nächste Aufräumfolge. Mach dir gleich mehrere Rucksäcke, dann füll einen und gib diesen in den Generalrucksack, sodass ein Rucksack voller Rucksäcke voller Mist sind und... Äh, Schicka, kennst du das Format Dagi vs. DA? Hast du jemals erlebt, dass ich durch dieses Format exorbitant klug geworden bin? Obwohl ich's hätte sein müssen danach. Das ist das gleiche Prinzip. Ich nimm immer... Ich lese viele schlaue Dinge von euch, aber ich behalte nur 1% davon. Aber ey, wenn ihr die immer wieder wiederholt, dann merke ich's mir vielleicht dann so beim zweiten, dritten Mal. So, weißt du? Aber ey, das ist ein geiler Tipp. Ich versuche mir den zu merken, aber nicht zu viele Hoffnungen bitte draufsetzen. Dankeschön. Äh, Manfred Malfoy hat 2 Euro gespendet. Ähm, lecker Pizza und jetzt entspannt den Livestream anschauen. Perfekter Dienstagabend. Manfred, dann wünsche ich dir guten Hunger und vielen, vielen Dank fürs Spenden und auch für die lieben Worte. Dankeschön. Gary Wurstbubbes, Ahoi. Oh, da ist sie ja. Marie. Oh, Marie, du sollst nicht spenden. Ach ja, also sie hat 10 Euro gespendet und hat geschrieben, ach ja, du hast gesagt, ich soll dir nicht spenden und ich soll mein ganzes Geld, was? Ich soll mein ganzes Geld spenden, also mach ich. Was? Was, 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 warte, 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 was? Ach ja, du hast gesagt, ich soll, ich soll ich nicht spenden und ich soll mein ganzes. Hä? Ich verstehe nix, Marie. Aber du sollst weder dein ganzes Geld spenden, noch sollst du mir überhaupt spenden. Du bist duft, Marie. Ich erprügel dich. Mann. Aber dankeschön. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Und dein fingergeformtes Herz auch an dich. Dankeschön. Und lass Streitereien nicht zu nah an dich ran, Marie. Ich hab dich lieb. Ähm, Linette hat 5 Euro gespendet und geschrieben, habe heute mein Patenkind, 5 Jahre alt, nach 3 Wochen wiedergesehen. Das erste, was er zu mir sagt, war kein Hallo, sondern, äh, Godde, darf ich Ducky schauen? Das nenne ich Prioritätensätzen. Oh nein, wie süß. Oh. Ja, dein Patenkind hat auf jeden Fall Geschmack, muss ich sagen. Ähm, ist auf jeden Fall toll. Und freu ich mich sehr. Ein sehr junger Zuschauer auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Linette. Und ich hoffe, ja, vielleicht könnt ihr ja zusammen dann gucken, das würde mich auf jeden Fall freuen. Aber bitte auf zwei getrennten Bildschirmen, weil sonst kriege ich nur einen Klick. Äh, nein, Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vielen, vielen Dank. Dankeschön. Marlina, 10 Euro gespendet. Hi Ducky, zum Intro. Hier ist eine kleine Anzahlung für Gesangsunterricht, damit du nicht mehr aus dem Fenster geschmissen wirst. By the way, würde ich im Froschchor nicht machen. HDL. Ähm, es ist sehr lieb von dir, Marlina. Und ich werde versuchen, dieses Geld sinnvoll in meine Gesangstalente einfließen zu lassen. Genau. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ähm. Alisa hat einen Euro gespendet. Es war nicht alles von LBH 1400 zu sehen. Der obere Slytherin Gang wurde vollkommen ignoriert. Äh, der obere Slytherin... Der obere Slytherin Gang? Der obere Slytherin Gang? Ich weiß nicht, welchen Gang du meinst. Welchen oberen Slytherin Gang? Ich, äh, stehe gerade übel auf dem Schlauch. Äh, ich weiß nicht, was du genau meinst. Ähm. Deswegen kann ich gerade nichts dazu sagen. Aber, ja, vielleicht kannst du mir nochmal in einer anderen Art und Weise das mitteilen, was du meinst. Weil ich weiß nicht, was du mit Slytherin Gang meinst. Sorry. Äh. Aber danke für die Spende auf jeden Fall. Ähm. Palkuchen hat zwei Euro gespendet. Kauf dir einen Keks davon. Oh, dankeschön. Davon kann ich mir eine ganze Packung kaufen. Dankeschön, Palkuchen. Sehr lieb von dir. Jan hat nochmal fünf Euro gespendet. Als wäre er nicht schon, äh, zu viel am Spenden. Daniel hat, äh, bei der Tierlist zugegeben, dass er Ron als besten Freund haben möchte. Nein. Mann. Da ist man einmal real in einem Video bei sowas und dann kommt sowas. Ich wette, nee. Das ist scheiße. Ron ist doof, weil er Mine bekommt. Und, äh, also er bekommt sie nicht. Aber, äh, in den Büchern steht das so. Die sind halt falsch abgedruckt worden. Ja. Danke, Jan. Für die Spende. Nicht für das, was du geschrieben hast. Schick hat nochmal fünf Euro gespendet. Hab mich schon über die Banner gewundert, aber die Farbe nicht erkannt. Hashtag der Adorf. Äh, welche Banner? Weiß nicht, was du... Ach so. Ach so, du meinst bei Hogwarts jetzt. Ah, okay, okay. Ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und jetzt aber einen schönen Abend euch auf jeden Fall. Dankeschön. Also, falls du gerade bei Marie bist oder Marie bei dir, weiß nicht. Ähm, Sina hat einen Euro gespendet. Danke für den tollen Stream. Hab wieder ein Lächeln auf den Lippen. Trotz, dass es mir nicht gut geht wegen der Impfung, die ich gekriegt habe. Schanke, Dön, dass du mich jeden Tag zum Lächeln bringst. Freue mich aufs EWF und dich zu treffen. Ich freue mich auch schon aufs EWF, liebe Sina. Und, ja, ich hoffe, wir treffen uns dort. Und ich hoffe, das klappt alles ohne irgendwelche Probleme wegen Corona. Weil, ja, wird natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das schon hin. Und ich freue mich auch schon sehr. Dankeschön, Sina. NukedNice hat einen Euro gespendet, aber nichts dazu geschrieben. Trotzdem Dankeschön dafür natürlich. Dann hat, ähm, Michael, Draco, Harry, Jackson, Potter, Draco, 549 noch gespendet. Und ein Herzchen-Emoji geschrieben. Danke auch dafür. Brummi54 hat 5 Euro gespendet. Dagi, vielleicht solltest du dir für die zukünftigen Specials einen eigenen Komponisten holen. Habe ich sogar schon jemanden angeschrieben, aber das ist leider verflucht teuer. Es ist ohnehin schon sehr, sehr teuer. Also, die LBH-Specials kosten schon gut Geld, weil Animation und so. Aber wenn ich jetzt so einen Komponisten dazu hole, wird's... Das wird nicht machbar sein. Also, solange ich noch keine 100.000 Views pro LBH-Folge mache, wird das nicht möglich sein. Das ist... Allein so ein Komponist einzustellen, dass der dir überhaupt was macht, dann musst du mindestens mit vierstelligen Beträgen rechnen. Ähm, und das ist für ein Video, wo ich kein Geld verdiene, nicht machbar. Ist einfach nicht machbar. Und ich verdiene jetzt auch nicht so viel im Monat, dass ich jetzt sagen könnte, ey, scheiß drauf, so, ne. Das habe ich ja bei LBH-1000 gemacht. Da habe ich ja auch sehr viel Geld investiert, ohne dass ich was in direkten... Also, viel wurde ja gesponsert, aber ich habe auch viel selber da reingetan. Und, äh, ja, das ist ja auch nicht so, dass ich da was wiederbekomme. Sondern es war ja einfach, ne, wegen der Musik wurde es eh geclaimt. Aber so für die Zwischenspecials kann ich es leider nicht machen. Das wäre ja zu krass. Aber ich gucke mal, vielleicht lässt sich da noch irgendwas erledigen oder machen. Vielleicht. Mal gucken. Wir schauen. Genau. Dankeschön, Promi. Und die letzte Spende für heute kommt von Manfred Malfoy über einen Euro. Danke für den tollen Stream. Du kannst mich gerne Manni nennen. Okay, werde ich mir merken. Viel, oder versuchen zumindest. Vielen, vielen Dank, Manni. Und ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Dankeschön. Ja, Leute. Das war der heutige Livestream. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen gute Laune mitnehmen. Und ich hoffe, ja, nach der Pause hat euch dieser Einstieg jetzt wieder gut gefallen. Und ja, ich freue mich natürlich sehr über eure Meinung zu dem Ganzen. Entweder nachher auf Twitter oder in den Kommentaren, wenn der Stream gleich online ist. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Livestream am Donnerstag um 19 Uhr wieder auf meinem Kanal. Oder morgen zu anderen Videos. Morgen kommt LBH. Und morgen kommt eine neue Folge Hogwarts Mystery. Und nach der letzten Folge Hogwarts Mystery sollte man vielleicht eventuell denken, dass es jetzt sehr schwierig wird. Who is Umbridge? Ihr werdet es sehen, Leute. Ich wünsche euch einen wunderwundervollen Abend. Macht was draus. Und bis morgen. Ciao, Leute.